Web3Welt, der Krypto-Podcast für die reale Welt mit Shandor und Stefan. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge Web3Welt und natürlich bin ich mal wieder nicht alleine und der Shandor ist mit dabei. Hey Shandor. Hallo Stefan, grüß dich. Ja und wir haben wieder einen tollen Gast bei uns und zwar Professor Philipp Maume. Freut mich sehr drauf. Hallo Philipp. Herzlich willkommen und danke für die Einladung. Ja, freut mich sehr. Jetzt die große Frage, wer bist du, was machst du? Stell dich gerne mal kurz vor. Ja, ich bin in der ganzen Krypto-DLT-Szene einer dieser Sonderlinge. Ich bin nämlich Jurist und zwar an der Universität. Ich bin Inhaber einer Professur an der Technischen Universität München, also an der TUM School of Management, genauer gesagt. Also wir sind die Management-Leute und ich als Jurist unter den Management-Leuten mit einem gewissen technischen Einschlag. Und da habe ich eine Professur für Gesellschaftsrecht und Kapitalmarktrecht. Also man beschäftigt sich dann mit den Aktienmärkten, Aktiengesellschaften und da ist dann natürlich gleich der Link. Wenn man von Kapitalmärkten und diesen Dingen spricht und von Digitalisierung und Technik, dann kann man sich dem ganzen Thema DLT-Blockchain eigentlich nicht entziehen. Ja und Professor Dr. Philipp Maume habe ich auf der TUM Blockchain-Konferenz kennengelernt. Und jetzt hast du gesagt, lieber Philipp, dass du ein Sonderling bist. Dann möchte ich mich sogar noch weiter aus dem Fenster lehnen und sagen, ich als Architekt habe mit dem Cryptospace ja fast gar nichts zu tun. Ich komme selber von der TU München, also meine Alma Mater, habe aber Architektur gelernt. Aber immer schon in der Digitalisierung, aber unglaublich, wo man dann irgendwann landet, wenn der Enthusiasmus einen packt. Ja, spannend, also zwei Sonderlinge hier in dem Fall. Freut mich doch sehr. Ja, man muss ganz ehrlich gestehen, du hast es ja so schön gesagt, dann kommt man am Thema Blockchain und DLT nicht vorbei. Das ist ja das, was viele gar nicht glauben und auch zum Teil nicht hören wollen. Es ist die Zukunft, viele bauen drauf, viele setzen drauf. Und ich glaube, als Normalo, der nicht in dem Thema steckt, der denkt sich einfach nur, Blockchain, Bitcoin, was soll ich denn damit? Was soll das unsere Zukunft beeinflussen? Aber ich glaube, da kommen wir schon direkt in spannende Sphären, wo es einfach hingeht. Und als Jurist ist natürlich das ganze Thema einfach Sicherheit, Gegebenheit, Rahmenbedingungen. Das sind natürlich alles Sachen, die geklärt werden müssen, wo ja auch die EU und auch Deutschland dran ist mit Mika und sonst anderen Sachen. Ganz genau. Ich meine, da bewegt sich gerade dermaßen viel. Und zum Thema Sonderling, man ist auch unter den Juristen so ein bisschen der Sonderling, weil, also das wird besser, nenne ich das einfach mal. Also es ändert sich, weil man natürlich für das Thema ein gewisses technisches Grundverständnis braucht. Also ich muss ganz klar sagen, ich bin Jurist. Also was viele, was irgendwelche IT-Kollegen oder auch Leute, die in der Praxis bei irgendwelchen Kryptoverwahrern sitzen oder sowas, da kann ich nicht im Ansatz mit stinken. Aber man braucht natürlich so ein gewisses technisches Verständnis. Dazu kommt natürlich auch noch dieser, auf der einen Seite dieser Marketing-Sprech und auch noch der Technik-Sprech. Das kommt auch noch hinzu. Und das alles zusammengenommen sorgt natürlich dafür, dass viele Juristen das lange, lange Zeit nicht mit der Kneifzange angefasst haben. Also da musste man schon so ein bisschen spezielle Neigung haben. Ich drücke es mal so aus. Aber das ändert sich eben jetzt durch die von dir angesprochenen Gesetzgebungswellen. Wir nennen sie jetzt einfach mal Wellen. Und ich glaube, da werden wir wahrscheinlich noch in einiger Tiefe drüber sprechen. Neigung oder Hang zum Masochismus, was ich gehört habe. Ich habe nämlich, wir hatten letzte Woche Micky Geicke, Michael Geicke von 21 Oaks Capital bei uns. Und ich habe im Nachgang relativ viel darüber gesprochen. Es ist für institutionelle Investoren überhaupt nicht so einfach, in solche zum Beispiel Spezial-IEF zu investieren oder auch Kryptos zu halten. Also für Private ist es teilweise einfacher. Es sind da viele Hürden und ich glaube, Europa wird da sicher auch nochmal, ja, vielleicht auch nochmal eine Sonderstellung in der Welt haben, weil diese Rahmensetzung dann kommt. Aber so wie ich es momentan so peu a peu mitbekommen habe, ist es wirklich nicht so einfach, gerade aus dem rechtlichen oder kapitalmarktrechtlichen Sinn, Kryptos zu halten und in, ja, doch schlimmer in NFTs und DeFi zu investieren. Genau. Und man muss sich mal, da muss man an der Stelle trennen. Also wenn einer von uns dreien jetzt die Laune verspüren würde, wüst, in Krypto zu investieren, zu spekulieren, da hindert uns niemand dran, außer vielleicht unserer Geldbörse und Partnern zu Hause. Aber gerade diese Fonds, ich meine, da werdet ihr letzte Woche darüber gesprochen haben, die verwalten ja letztlich das Geld anderer Leute. Und da gelten halt andere Regelungen und da kann man nicht tun, was man will. Und das ist das gerade, das mit dem Thema Fonds, vielleicht kommen wir nachher noch dazu, ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass der Gesetzgeber in den letzten 20 Jahren gewisse Sicherungen eingebaut hat zum Kunden- und Investorenschutz, die aber auf den Kryptomarkt überhaupt nicht passen, ja, und die passen überhaupt nicht. Da wurde halt gesagt, wenn du auf einen bestimmten Markt, einer bestimmten rechtlichen Kategorie investierst, dann ist alles gut. Aber diese Märkte gibt es in Krypto halt noch nicht. Vielleicht gibt es sie in zwei, drei Jahren und da läuft halt fast alles ins Leere. Da merkt man halt, dass das rechtliche Korsett, das ja im Idealfall also nicht die Investmententscheidung vorgeben sollte, sondern nur die Leitplanken setzen sollte, dann zu völlig absurden Ergebnissen führt. Und ich glaube, wir haben es erlebt, FTX, perfektes Beispiel, Kundengelder, man konnte machen, was man will. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt. Herr Aluna noch das nächste Beispiel. Ich glaube, das sind die zwei perfekten Beispiele, dass auch wirklich mal die Gesetzgeber gesagt haben, so, wir müssen was tun, weil es einfach in Zukunft noch interessanter und noch wichtiger wird, dieses Thema, weil sich immer mehr Leute dafür interessieren. Genau, da stimme ich dir vollkommen zu. Und das war auch das, wo ich gesagt habe, bei der TUM Blockchain Konferenz, Philipp Maumes Vortrag, das war eine Betrachtung, juristisch-historische Betrachtung dessen, was in den letzten Jahren so um SEC, EU rumgelaufen ist. Und normalerweise würde man sagen, recht, und dann auch noch eine historische Betrachtung, wie langweilig. Aber mit dermaßen viel Leben gefüllt, muss ich sagen, das war für mich persönlich der tollste Vortrag auf der TUM Blockchain Konferenz. Und das ist genau das, Stefan, was du jetzt angesprochen hast, FTX, Terra Luna und wie der ganze Weg dort hingekommen ist. Also ich würde sehr gerne dort ein bisschen einsteigen. Vielleicht können wir sogar das Ganze historisch nochmal betrachten und in dieser Dynamik auch nochmal reingehen. Was war denn eigentlich los? Warum kommt jetzt eigentlich Mika? Was waren die Hintergründe? Da ist ja auch nicht einfach nur so passiert, weil jetzt ein paar Anleger ein bisschen Bitcoin halten wollen oder der Druck von unten gekommen ist, sondern vielleicht sogar eher von oben gekommen ist. Also dass man mit solchen Lösungen wie PayPal, mit G-Pay, mit Apple Pay so diese Geldmarktströme auch wegbekommt. Gut, das ist jetzt eher das Thema für CBDC. Warum kommen solche Sachen? Können wir vielleicht auch nochmal reingehen. Aber vielleicht nochmal zurückzugehen. Warum gab es dann das? Wie ordnet man das ein? Also was war dein Vortrag, der mich so gepackt und begeistert hat? Jetzt muss ich kurz umschalten, weil bei Vorträgen renne und springe. Ich trotz meiner gewissen Körper fülle immer viel hin und her. Und jetzt im Sitz muss ich mich da so ein bisschen gewissermaßen jetzt erst mal umstellen. Ich meine, historisch ist das Ganze erstmal gar nicht so komplex. Und das Schöne ist, an diesen Landmarks, da erinnert sich jeder dran. Ich meine, wir wissen, vor gut 15 Jahren, Bitcoin White Paper, und ich sehe es erstmal, vielleicht muss man sagen, aus juristischer Sicht, Juristen bekommen, wenn man nicht gerade so, sagen wir mal, direkt an der Front ist und direkt mit den innovativen Unternehmen zusammenarbeitet. Also wir haben, es gibt ein paar Juristen aus der Praxis, so, da fällt mir zum Beispiel so Annika Patz ein oder Ali Reza Sia Dat und da könnte man fünf, sechs andere nennen. Die wissen halt ganz genau, was passiert, weil die halt immer gefragt werden, direkt aus der Praxis. An der Uni und auch in den Medien kommen solche Sachen immer erst so ein bisschen mit Zeitversatz an. Aber die eigentlichen Landmarks, die hat man auch in der Praxis und wissensweise in den normalen Medien mitbekommen. Ich meine, aus juristischer Sicht und juristische Sicht heißt, meistens merkt man erst, dass etwas passiert, wenn etwas schief geht. Das ist meistens so. Das ist in Kapitalmärkten üblich so. Also es gibt ein Desaster, es gibt ein Wirecard oder ein Enron oder was auch immer und dann gibt es Regulierung. Und das wird auch gerne dann mal ein bisschen zu weit getrieben. Also nicht immer, aber manchmal. Aber es ist immer so eine Wellenbewegung. Und wenn man sich das ganze Thema DLT anguckt, da war ganz lange Zeit erst mal nichts. DLT-Blockchain war gar nichts. Jetzt fährt das White Paper und dann ist jahrelang war das so ein bisschen so ein, ich sage mal ganz, jetzt mal flapsig, so ein Spinner-Thema. Die Märkte, da war nicht genug drin. Die institutionellen Investoren hat es nicht interessiert. Dann hat sich mal die Frage gestellt, wie ist denn das, wenn ich jetzt mit Bitcoin Gewinne erziele? Ich meine, surprise, am Ende sagen die Gerichte, das muss halt versteuern. Das ist jetzt nicht so überraschend, dass das da rauskommt. Aber da gab es so 2016 mal eine EuGH-Entscheidung, aber es war wenig. Es war wirklich wenig. Und auch die Politik hat das nicht so richtig interessiert. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank, aber auch andere Zentralbanken, die wussten natürlich schon, was Bitcoin ist. Ich meine, die kriegen das ja mit. Aber das war ein zu geringe Volumina. Das war auch so ein bisschen versponnen und auch alles so dezentral. Ich muss auch sagen, dadurch, dass es dezentral ist, ist das natürlich im Guten wie im Schlechten ein bisschen anderes Spielfeld, als die Zentralbanken das so kennen. Also weiß man fast zehn Jahre lang nichts. Und dann ging es so los 2016, 2017. Da kam diese ICO-Welle. Da kam diese ICO-Welle und da habe ich das zum Beispiel auch das erste Mal so richtig wahrgenommen. Also ich habe schon vorher mitbekommen, was Bitcoin ist und auch grob, wie es funktioniert. Das hat mich damals aber so 2014, 2015 jetzt so nicht so gepackt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und erst als das richtig losging, diese ganzen Coin-Offerings, wo es auch plötzlich richtig um Geld ging und auch die Aufsichtsbehörden und die Politik so etwas hellhöriger wurden, da fing das langsam an interessant zu werden. Also es hat mal bei der BaFin Tech vor, man war das, ich glaube 2018, hat ein Referent gesagt, von einer Woche auf die anderen hörten wir die ganze Zeit nur ICO, White Paper Token. Und da mussten wir uns ein bisschen zurücklehnen, Klammer auf. Bei der BaFin war das ein bisschen einfacher, weil die BaFin ja schon seit 2011 beziehungsweise 2013 sagt, also Rechnungseinheiten, Bitcoin. Das heißt, die hatten da schon ein bisschen mehr Erfahrung mit als jetzt vielleicht andere Aufsichtsbehörden in Europa. Aber den Markt, das kam von einem Tag auf den anderen. Und das war, vielleicht war es bei euch so ähnlich, halt auch das, wo man so richtig gemerkt hat, oh, das ist jetzt ein bisschen mehr als vielleicht ein Zahlungssystem oder eine Anlageklasse, sondern da könnte ein bisschen mehr passieren. Ja, also ich kann für mich auf jeden Fall reden. Ich bin 2017 im Dezember reingegangen und da war, hat die ICO-Blase schon begonnen. Also ich konnte zwischen so vielen Coins hin und her traden, dass ich überhaupt keine Ahnung gehabt habe, was ich da mache. Das war wirklich eine verrückte Zeit und ich muss auch ehrlich sagen, das war dann auch nichts für mich, sondern mich hat dann die Technologie gepackt. Du hast ICO genannt und du hast jetzt natürlich ein gigantisches Buch geschrieben, Rechtshandbuch Kryptowerte. Da geht es um das Ganze, also ich würde fast sagen, das ist ein Standardwerk der juristischen Betrachtung von Krypto im deutschsprachigen Raum auf alle Fälle. Und vielleicht gehen wir nochmal ein Stück zurück, wo, also was ist eigentlich ein ICO? Wir wissen natürlich, es gibt unglaublich viele Coins, aber es war ja eigentlich gedacht als, nicht nur, dass man schnell Geld machen kann und dann lässt man die Kundengelder, sage ich schon, die Investorengelder fallen, sondern es ist ja eigentlich eine Art Börsengang in der dezentralen Welt und natürlich auch die Möglichkeit für eine frühzeitige Finanzierung, ohne jetzt ein VC an Bord zu holen. Habe ich das richtig verstanden? Genau, und da geht es ja zum Beispiel schon mal los bei diesen Übersetzungsproblemen, wenn man sagt, in der dezentralen Welt, die typischen ICOs sind ja nicht dezentral, natürlich sind sie technisch dezentral, aber sie sind halt, und da ist genau, wie du es gesagt hast, die Ähnlichkeit zu einem Börsengang, also wir Juristen nennen das dann nicht Börsengang, sondern öffentliches Angebot, weil es nicht an der Börse sein muss, das ist im normalen Leben genauso. Das öffentliche Angebot ist ja auch von einem Emittenten und so ist es beim ICO üblicherweise ja auch gewesen. Also es haben ja dann einfach Unternehmen, das waren zum Teil waren das legitime, zum Teil waren es auch einfach Scams oder Luftschlösser, haben dann diese Coins rausgebracht, dadurch viel Geld eingesammelt und das kann man am Markt natürlich schön beobachten. Ein paar wenige waren erfolgreich und die absolut große Mehrzahl waren eher nicht so erfolgreich. Und dann ist das so, korrigiert mich, 2019, 2020 ist das dann so ziemlich schnell und ziemlich radikal in sich zusammengebrochen. Da sehen wir jetzt aber genau in dem Mechanismus, warum die Aufsichtsbehörden da so hellhörig geworden sind. Denn das ganze Kapitalmarktrecht basiert darauf, klar, Anlegerschutz, aber wie erreicht man den? Und man könnte es vereinfacht sagen durch zwei Dinge. Erstens durch Offenlegung, Offenlegung von Informationen. Also ich gebe dir Geld, dafür muss ich aber wissen, wofür und was mit dem Geld passiert. Beim normalen Börsengang oder öffentlichen Angebot nennt man das den Prospekt. Das ist dieses sehr, sehr umfassende 300 bis 400 Seiten starke Dokument, das dann vorgelegt werden muss. Das Äquivalent im Cryptospace ist dann das White Paper, wobei die natürlich nie im Leben nur ansatzweise so tiefgehend waren. Und der zweite Punkt ist, dass das Kapitalmarktrecht dann sicherstellen will, dass da kein Schmuh passiert mit dem Geld oder auch mit den Token, dass es da keinen plötzlich Insiderhandel gibt, dass nicht die Kurse manipuliert werden. Stichwort Pump and Dump und sowas. Und diese beiden Mechanismen zusammen, diese Transparenz und diese Marktverhaltensregeln soll dafür sorgen, dass Investorenvertrauen entsteht. Und wenn wir uns mal angucken, was so 2019, 2020 passiert ist, Geld war weg, Kurse sind eingebrochen, viele Leute haben viel Geld gemacht, viele Leute haben viel Geld verloren. Das ist natürlich nicht gut für das Investoren, naja, Vertrauen. Und dann ist der Markt erst mal verbrannt. Aber was wir da gesehen haben, ist halt die klassische Entwicklung solch eines Marktes, wenn Regulierung nicht da ist. Und dann hat der Markt erst mal längere Zeit gebraucht, um sich zu sortieren. Und das ist ja weltweit passiert. Das war in Europa, das war in den USA, das war in Asien. Und dann sind die, und darum ging es in meinem Vortrag eben auch, sind die Aufsichtsbehörden, aber auch die Gesetzgeber ganz unterschiedliche Wege gegangen. Also die USA haben da einen anderen Weg eingeschlagen, als zum Beispiel Europa. Die USA hat das Gefühl, dass man nur weggeschaut. Und ich musste die ganze Zeit lachen, als du sagtest, oh, wir hören nur von ICOs. So kann ich mir das genau in den Büros vorstellen. Wir in der Kryptowelt haben mitbekommen, ICO da, ICO-Welle. 2017, 2018, jeder wollte seinen eigenen Coin haben. Da gab es auch schon die ersten NFTs so nebenbei, was auch wenige ja damals mitbekommen haben. Damals einmal absolute Nische der Nische. Aber das ist damals schon extrem losgegangen. Und ich stelle mir das genauso vor wie so ein Hammerschlag, sitzt in dem Büro. Guck mal, da ist so ein neuer Markt, jetzt machen die da alle Geld. Wahnsinn. Und du hast gerade Pump and Dump angesprochen. Wash Trading ist da auch so ein Begriff, der dann eher bei den NFTs auftritt, aber auch natürlich bei Coins bzw. Token. Und wir haben es in den letzten Tagen ja extrem gesehen. Wir sind jetzt ein bisschen aktueller, unsere Folge kommt ja jetzt auch frisch raus. Da muss man ganz ehrlich sagen, der FTT-Token, also der FTX-Token, der ist in den letzten Tagen extrem gestiegen. Der Terra Luna-Token ist extrem gestiegen. Und Solana. Weil Solana ist das einzige Projekt, was noch da ist. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Wir wissen alle, was mit FTX passiert ist. Wenn dieser Markt so bleibt, also der Solana-Coin so weit oben bleibt, bis 2027 bzw. Anfang 2028, dann kommt der Oberhammer. Dann kann FTX sich komplett freikaufen, weil ihre gelockten ICO-Solana dann immer noch so viel wert sind, dass sie ihre kompletten Kunden bezahlen können. Das wäre der absolute Hammer. Und FTT-Token ist ja auch so ein Thema, der steigt gerade. Nicht, dass ich vielleicht doch noch irgendwie mit ganz viel Geld da jemand freikaufen kann und noch nicht ins Gefängnis muss. Das werfe ich mal in den Raum. Keine Ahnung, ob das so möglich ist. Aber Wahnsinn. Ja, wahrscheinlich nicht, weil da muss man zwei Sachen trennen. Das eine ist die mögliche Gefängnisstrafe. Von der kann man sie eben nicht freikäufend verkaufen. Aber das andere sind halt die Investorengelder, die weg sind. Also ihr kennt ja wahrscheinlich auch, also ich kenne Leute, die halt professionell das betrieben haben und halt über FTX, nicht für sich, aber für ihre Kunden, durchaus einiges an Geld verloren haben. Für die wird das, was du gerade geschildert hast, könnte für diese Leute dann interessant werden. Aber das ist jetzt so ein klassischer Jurasatz, gerade von Juristen an der Uni. Das ist halt eine andere Frage. Nee, aber das war nur so ein Beispiel, weil es gerade in diese ICO-Welle passt und FTX war ja einer der Hauptinvestoren von Solana, deswegen passte das gerade so schön rein. Musste mal was aktuelles mit reinnehmen. Aber generell, ja, man muss ehrlich sein, diese ICO-Welle hat wirklich diesen kompletten Markt komplett geändert. Hat dazu geführt, dass auch viele Scams, du hast es gesagt, betrieben wurden. Ich kann mich noch an einen Call erinnern, Anfang 2021. Es war ein mega lustiger Call, damals mit einem Team, was ich zusammen hatte. Und da kam jemand in den Raum und sagte, hier ist so eine neue Kryptowährung, die heißt SafeMoon. Ich habe keine Ahnung, was die macht, aber die geht nur nach oben und alle reden davon. Dann haben wir gesagt, ich bin fünfmal auf ihn eingeredet, SafeMoon, also sicher zum Mond. Er hat das nicht verstanden, das war so lustig. Und im Nachgang wissen wir, ein großer Scam. Und ja, das ist das Schlimme. Und dann ist FTX kaputt gegangen und was ist passiert? Das einzigste Land bzw. die einzigste Region auf der Welt ist auferwacht und zwar die EU mit Mika, DAG 8. Ich glaube, das sind die einzigsten Regulierungsbehörden. Und wir hatten es von Werner Hoffmann gehört, der auf einmal aus Asien, aus China Nachrichten bekommt. Hör mal, was macht denn ihr da in der EU? Wo ist denn hier bei Mika, Absatz 8, was steht denn da? Und er sagt selber, so weit bin ich noch gar nicht. Warum beschäftigst du dich mit meiner Regulierung? Was ist denn hier los? Ja, und die ganze Welt schaut auf Europa. Das war es. Genau, aber da muss man auch sagen, da muss man mal ein bisschen hinter die Vorhänge gucken, wie das eigentlich mit der Gesetzgebungskompetenz und den Verfahren passiert. Denn Mika hat mit FTX gar nichts zu tun, weil das ganze Schiff schon längst gesegelt ist. Also was ist so 2017, 2018 passiert? Da haben dann halt in Deutschland und Europa haben wir halt eine sehr, sehr fein auszieselierte kapitalmarktrechtliche Regelung. Und das dreht sich alles um den Begriff des Finanzinstruments oder als wichtigste Untergruppe dann das Wertpapier, das übertragbare Wertpapier. Und da war einfach dann die Rechtsfrage überall, oh, welche Token sind denn jetzt eigentlich, also sind Token überhaupt Wertpapiere und Finanzinstrument? Wenn ja, dann greift das Kapitalmarktrecht in der EU. Das heißt, dieser Satz, das ist ja alles unreguliert. Das ist immer mein Lieblingssatz, weil der grob falsch ist. Der ist grob falsch, weil alles irgendwie reguliert ist. Und das ist der Begriff der Technikneutralen. Inzwischen sagt man auf einmal technologisch agnostischen Regulierung. Ich weiß nicht, warum man von neutral zu agnostisch gewechselt ist. Man hört es jedenfalls immer häufiger. Aber das Beispiel ist halt so ein bisschen, dass ich immer gebe, wenn ich Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße habe und die ist 80, dann ist das egal, ob ich ein Benziner habe oder ein E-Auto oder ein Diesel. Das ist 80. So, fertig. Und so ähnlich ist es hier auch. Wenn ich ein Finanzinstrument habe, dann greifen halt Sachen wie Prospektpflicht und diese ganzen Geschichten. Und das war halt dann die Frage. Und welche Token? Und das hat halt in der EU die Gesetzgeber, so zwei, drei Jahre haben sie sich das angeguckt, die BaFin, die AMF und so weiter, die haben die ESMA auch und die EBA, die haben alle dazu Hinweisschreiben und Einschätzungen gegeben und haben das in der Praxis auch schon vollzogen. Also man kann erst mal sagen, ein Teil des ganzen Kryptomarktes war an dem von vornherein schon reguliert. Das war es. Aber das musste halt so wertpapierähnlich ausgestaltet sein. Also da sind ganz viele Token, so Zahlungstoken, Utility-Token, die waren noch gar nichts. Und das wurde dann auch ganz klar gesagt, dass eben der Großteil der Coins, die im Umlauf sind, noch außerhalb der Regulierung waren. Aber das hat erst mal wenig Leute gestört. Und jetzt reden wir so von 2018, 2019. Und was dann halt passiert ist, und das ist wie immer, man braucht manchmal den politischen Anstoß, war halt dann die Ankündigung im, wann war es? Juno 2019 von Facebook beziehungsweise Meta. Wir geben jetzt einen eigenen Coin raus. Und das hat das Ganze quasi ins Rollen gebracht. Und ich sage es immer gerne, Europa hat den, nicht ganz zu Unrecht, den Ruf immer sehr langsam und ein bisschen schwerfällig zu sein im Gesetzesverfahren. Und manchmal auch ein bisschen zu weit zu gehen. Das sind so die Klischees. Das hat drei Stunden wohl gedauert, bis der französische Finanzminister gesagt hat, so geht das nicht. Also auf diese sehr französische Art und Weise. Und dann müssen wir was machen. Drei Stunden. Und wenn der französische Finanzminister in Europa was sagt, dann ist das wichtig. Drücken wir es mal so aus. Und diese Angst, dass jetzt ein amerikanischer Tech-Konzern mit, keine Ahnung, drei Milliarden Kunden mit Geld bis zum Mond, wenn man es aufschichten würde, und dann auch die ganzen Kundendaten. Und das hatten wir auch diese ganze Cambridge-Analytics-Geschichte mit einer etwas zumindest zweifelhaften Reputation, ich formuliere es jetzt mal so, und jedenfalls einem schwierigen Verhältnis zum Datenschutz. Wenn die jetzt auch noch eine Parallelwährung sozusagen auf die Kette bringen, und da war ja damals nicht nur Facebook, es war dann ja auch, da waren glaube ich Visa dabei und PayPal. Also es war ja so ein ganzes Konsortium. Da konnte man halt davon ausgehen, dass halt hier wirklich parallel eine Ersatzwährung geschaffen wird. Und das war dann der politische Auslöser. Und da hat man in Europa gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Und da haben die Aufsichtsbehörden relativ schlau reagiert. Für mich ist das jetzt eine Black-Black-Box, aber ich kann es nur so erklären, dass die gesagt haben, ja super, das muss reguliert werden, dann müssen wir was machen bei diesen Global Stable Coins. Ach ja, während wir dabei sind, können wir die anderen Sachen doch gleich auch machen. Also das hat man da eigentlich sehr geschickt gemacht. Es gibt also diese zwei Ströme, die letztlich zu Mika geführt haben. Einmal dieses eher technokratische, oh, ein Großteil ist noch nicht reguliert, aber das ist jetzt nicht so wichtig, weil so ein Utility-Token wird das Finanzsystem nicht zum Einsturz bringen. Aber jetzt kommt Facebook und jetzt muss was passieren. Und das zusammen hat zu Mika geführt. Und das war dann September 2020, bis der erste Entwurf rauskam. Und das hat dann ziemlich genau zwei Jahre gedauert, ja ziemlich genau zwei Jahre, bis sich dann Parlament, Rat und Kommission auf die endgültige Fassung geeinigt haben. Und das ist für europäische Verhältnisse unglaublich schnell. Vor allen Dingen, wenn es ein Bereich ist, der noch nicht reguliert ist. Also man hat ja nichts, also formal gesehen, vielleicht können wir nachher noch darauf zu sprechen, dass es doch schon ein bisschen anders war. Aber formal gesehen hat man ja nicht irgendwas, was man mal ändern musste, sondern formal gesehen ist es was Neues. Und da muss man sagen, zwei Jahre ist sehr, sehr schnell. Und da steckt halt dieser politische Wille dahinter. Und jetzt kommt FTX. FTX war November 2022, hilft mir so ungefähr. Da war Mika schon beschlossen. Und da war dann eher die Frage, hätte Mika FTX denn verhindert? Und meine Antwort ist immer so ein bisschen, es kommt drauf an. Also wenn FTX sozusagen unter Mika gefallen wäre, also ich meine, da hätten die erstmal in Europa sitzen müssen und so weiter und so fort. Und es auch ordentlich durchgesetzt worden wäre, das ist immer der nächste Schritt. Es reicht ja nicht einfach nur Regeln zu machen, sondern die müssen auch durchgesetzt werden, was bei Mika auch interessant werden wird. Dann glaube ich, dass da vieles nicht passiert wäre, zum Beispiel so Stichworte wie Vermögenstrennung und sowas und Zuverlässigkeit der Führungskur und sowas. Das wäre in dem Maße wohl nicht möglich gewesen. Aber es ist natürlich Spekulation. Aber das ist so in Europa der Zeitstrahl. Und als diese Sachen wie Terra Luna und FTX passiert sind, da wusste man in Europa schon, wo es hingeht. Also ich will nicht sagen, das war visionär, das wird jetzt vielleicht ein bisschen weit gehen. Aber da lag der Gesetzestext eigentlich schon auf dem Tisch. Naja, immerhin ein Thema, wo Europa so als Vorreiter fungiert. Jetzt hast du angesprochen, Prospektpflicht zum Beispiel. Wo dann 300, 400 Seiten gerne mal anfallen. Das kann man mit dem Whitepaper ja überhaupt nicht vergleichen. Also ich kenne jetzt spontan auch kein Whitepaper, was irgendwie mehr als 30 Seiten, 40 Seiten hat. Also von einem Zehntel reden wir da vielleicht. Und dann auch natürlich das Thema, was ist ein Utility Token, was ist ein Security Token. Dann gibt es verschiedene Tokens auch, weitere Tokens. Vielleicht fallen euch noch welche ein. Also was hat da der Gesetzgeber tatsächlich gesagt? Also was möchte Mika denn auch regulieren? Also wird es dann, wenn es ein Whitepaper geben soll, muss es dem ähneln wie ein Prospekt bei einem Finanzprodukt? Nein, das muss es im Grundsatz ja, aber es ist nicht ganz so. Also das ist jetzt ein bisschen, ähm, ähm, naja, wie soll man sagen, Feintuning. Der Gesetzgeber kennt schon an, dass das Whitepaper nicht ganz so umfangreich sein muss wie ein Prospekt. Aber wie genau das nachher aussieht, dazu muss man sagen, hinter Mika, also Mika hat in PDF-Version 600 Seiten. Und da ist noch gar nicht alles dabei. Da kommen noch die, die Regulierungsstandards. Das sind die Sachen, wo man sich halt auch erstmal aufs Grundsätzliche geeinigt hat und dann gesagt hat, liebe Esma, liebe EBA, ihr müsst jetzt bitte innerhalb der nächsten zwölf Monate oder 18 Monate was ausarbeiten, um das mal genau auszustaffieren. Also das, genau, die Regeln quasi, die Feinregulierung dazu machen. Und da kommen halt noch ein paar hundert Seiten dann dazu. Also das ist jetzt schon mal eine ganze Menge. Aber, äh, gerade solche Sachen, wie muss das Whitepaper-Bet genau aussehen? Welche internen Anforderungen sind zum Beispiel in bestimmten Situationen insolvenzrechtlich an Krypto-Dienstleister? Das, das wissen wir alles noch nicht. Das heißt, da muss das noch ein bisschen, ein bisschen Grauzone. Wir wissen nur, dass es passieren wird. Aber die ganz wichtige Frage ist, was will Mika eigentlich regulieren? Der Gesetzgeber hatte da zwei, naja, zwei Optionen. Option eins wäre, wir regulieren einfach alles, was Krypto, Blockchain, DLT ist, zusammen in einem einzigen Gesetzeswerk. Das hat man nicht gemacht. Man hat Option zwei gemacht und man hat gesagt, wir gucken auf die Funktion der Token oder von was auch immer. Und das was auch immer ist wichtig. Man hat nämlich gesagt, naja, viele der Token, die jetzt schon draußen sind, die fallen ja schon unter die Regulierung. Unter die Regulierung das sind, was wir gemeinläutig als üblicherweise als Security-Token einordnen. Also üblicherweise dann Token, die wertpapierähnlich ausgestaltet sind, also ähnlich einer Anleihe oder einem irgendwie strukturierten Produkt. Die sind dann Finanzinstrumente und auch Derivate. Derivate auf die verschiedensten Kryptosachen, ob sie jetzt selbst in Kryptoform sind oder nicht, sind eben auch Wertpapiere. Und die sind schon reguliert. Und das ist ganz wichtig, die fallen nicht unter Mika. Die bleiben in der normalen Kapitalmarktregulierung drin. Deshalb könnte man eben sagen, Mika reguliert das, was bisher noch nicht reguliert war. Und das sind, wenn wir es mal durchgehen, gedanklich eben diese verschiedenen Stablecoins in Form des Vermögenswerterefinanzierten Token. Die deutsche Sprache ist so wunderschön. Das E-Geld-Token. Dann bleiben noch die Zahlungstoken, soweit sie drunter fallen, wenn sie nicht dezentral genug sind. Oder wenn sie nicht zu dezentral sind. Und Utility-Token und alles, was es sonst noch sein könnte. Und das ist eben Mika. Und das ist die Grundsatzentscheidung, die der europäische Gesetzgeber getroffen hat. Was schon kapitalmarktrechtlich erfasst ist, bleibt so. Und da fährt Mika auch gar nicht rein. Soll aber das erfassen, was bisher noch nicht erfasst worden ist. Und jetzt kommt noch die große Klammer. Manche Sachen aber eben auch noch nicht, weil man noch nicht weiß, wie es geht. Wie zum Beispiel bestimmte NFT-Sachen und insbesondere die Centralized Finance. Und das ist der Grund, warum Mika auch so relativ schnell war. Und das ist bauernschlau, was die gemacht haben. Die haben halt gesagt, okay, warte mal kurz, Kinder. Wir haben doch bestimmt bestehende Regeln. Wir haben ein riesiges Rahmenfeld rechtlich gesehen für Finanzdienstleistungen. Dann gucken, machen wir doch jetzt nicht Finanzdienstleistungen, sondern Kryptowerte-Dienstleistungen. Und gucken, was wir da kopieren, pasten können. Und dann ändern wir es vielleicht noch ein bisschen ab. Manche Sachen dampfen wir vielleicht ein bisschen ein. Manche Sachen machen wir länger. Und das hat man im Grundsatz mit allen Sachen gemacht. Mit den Krypto-Dienstleistungen. Insbesondere Sachen wie auch, nee, Verwahrung ist nicht das gute Beispiel, weil das ja wirklich was einigermaßen Neues ist. Aber so die Portfolioverwaltung, Betrieb eines Handelssystems, Anlageberatung, das gibt es alles schon in der Nicht-Kryptowelt. Das ist dann in der Mifid geregelt. Und durch dieses Copy und Paste konnte man das schnell machen. Dasselbe bei Marktmanipulation, Insiderhandel. Genau das Gleiche. Das ist die MAR, also die Marktmissbrauchsverordnung, die gibt es seit 2016. Copy, Paste. Das steht jetzt in den 86 fortfolgenden WIKA drin. Oder Prospektpflicht. Copy, Paste ist jetzt die White Paper Pflicht. Und deshalb ging das halt so schnell, indem man halt gesagt hat, wir warten jetzt nicht, bis wir alles sozusagen perfekt erfasst haben. Sondern wir machen jetzt das, was wir machen können. Copy, Paste. Klappe auf, das führt auch zu anderen Problemen. Klappe zu. Aber deshalb ging das jetzt halt erstmal so schnell. Aber deshalb auch von den Menschen kommt diese Zweiteilung. Auf der einen Seite Finanzinstrumente. Das ist nix, Mika. Rest ist, Mika. Unterm Strich sind wir ja froh, dass es dann so schnell ging. Aber wie du gesagt hast, da gibt es dann halt wieder diese kleinen, versteckten Haken an dieser Sache. Wo man sagt, du kannst zwar auf die alte Finanzwelt oder auf die alten Finanzwerte, Wertpapiere, sag ich jetzt mal, auf die kannst du es vielleicht legen. Aber auf diese neue Kryptowelt, zumal ja auch irgendwann Aktien und so weiter auch auf die Blockchain kommen. Das wird ja auch noch alles sehr, sehr spannend. Also wir sind ja noch ganz am Anfang, auch wenn Bitcoin jetzt 15 Jahre alt ist. Aber wir haben es in einer unserer letzten Folgen so schön gesagt, es ist halt Teenager-Alter. Bitcoin ist noch nicht erwachsen. Einfach nur von der Jahreszahl her. Und da kommt einfach noch so viel auf uns zu. Und wenn man dann auf Erfirium geht, die erste Smart Contract Plattform, dann sehen wir, dass wir noch jünger sind. Weil Erfirium ja noch jünger ist wie Bitcoin. Also da kommt noch so viel auf uns zu. Und Copy-Paste war der Vorteil, dass es schnell geht. Aber unterm Strich, glaube ich, kommen noch durch diese Mika-Regulierung doch noch viele Fragezeichen auf uns zu. Und du hast es zwischendurch schön gesagt. Die Umsetzung, da musste ich direkt grinsen. Ich glaube auch bei ganz vielen Punkten bei Mika, wo ich sage, wer und wie soll das kontrolliert werden? Ganz genau. Und vor allen Dingen die Mika. Und das ist so ein Kritikpunkt, die Mika wird sich umbringen, wenn ich da jetzt einen Kritikpunkt habe. Was mich zum Beispiel nicht so überzeugt. Aus politischen Gründen war das in Europa schon immer so, dass diese ganzen Finanzmarktsachen lokal, also auf Länderebene durchgesetzt werden. Das war auch früher, die Briten haben das immer sehr verfechtet oder sehr verfochten. Na gut, aus bekannten Gründen sind sie nicht mehr dabei. Aber macht das jetzt weiter. Und man kann ja über die BaFin auch mal schimpfen oder mal loben. Aber das ist halt eine Behörde mit dreieinhalbtausend Mitarbeitern und mit jetzt zwölf Jahren Erfahrung in dem Business. Die werden das schon irgendwie stemmen. Aber jetzt gehen wir mal ins außereuropäische Ausland. Die freien natürlich. Sie sagen, wie sollen wir das denn machen? Wie soll eine slowakische Aufsichtsbehörde mit viel, viel kleinerer Anzahl an Menschen oder jetzt gehen wir in noch kleinere Behörden. Das Stichwort Baltikum ist ein sehr, sehr schönes Stichwort Geldwäsche und so weiter und so fort. Es ist halt nicht so ganz klar, wie man das dann alles überwachen und auch durchsetzen soll. Also da finde ich, dass eine große, große Chance vertan worden ist, das mal ein bisschen auf stabilere europäische Füße zu stellen. Jetzt dachte ich eher, dass wenn du Baltikum sagst, dass da ein sehr positiver Kerngedanke kommt, weil natürlich sowas wie Estland unglaublich weit in der Digitalisierung ist, unglaublich weit in der Digitalisierung der Behörden ist. Also denkst du, da wird es eher nochmal Probleme geben oder haben die nicht die Kapazitäten auch? Die haben nicht die Kapazitäten. Ich meine, rechnen wir es doch mal runter. Deutschland hat 84 Millionen Einwohner und naja, ich glaube 3.500 Mitarbeiter hat die BaFin so give or take. Und machen wir das mal für ein Land, das so ein, zwei, drei Millionen Einwohner hat. Das funktioniert nicht. Also das kann gar nicht gehen. Und wir haben ja jetzt schon unschöne Beispiele gehabt, dass das auch in der BaFin nicht funktioniert hat. Also Beispiel Kryptoverwahrerlaubnis, wo es dann 300, 600 oder 1000 Tage gedauert hat, bis die Leute ihre Erlaubnis hatten. Und da wird dann gesagt, oh ja, die waren halt so überlastet, weil es so schwierig ist. Keine Ahnung, kann ich von außen nicht beurteilen. Aber jetzt stellen wir uns das bei anderen Ländern vor. Also das kann gar nicht funktionieren auf der Ebene. Ich weiß auch nicht, ob da dann gewisse vielleicht Kooperationen gebildet werden auf nationaler Ebene, dass dann irgendwelche Länder sagen, wir versuchen das jetzt zusammen zu steuern. Das wird man dann sehen müssen. Aber das ist aus meiner Sicht ein großer Konstruktionsfehler der Mika, der eben auch aus diesem Copy and Paste rauskommt. Ganz klar. Und gut, diese Überforderung, was du beschreibst, ist jetzt natürlich auch vielleicht auf den deutschen Markt zu beziehen. Ich denke zurück an Wirecard, denke zurück an vielleicht auch politisch gewollt, dass man sagt, endlich, wir wollen ein großes Payment-System im europäischen Raum haben. Es kann nicht sein, dass SAP bei den Plattform-Ökonomien das Einzige ist, was Europa wirklich vorzuweisen hat. Und ansonsten wird alles andere geschluckt. Und dann hat man sich natürlich gefreut, hey, wir haben jetzt hier einen Payment-Dienstleister in Deutschland sitzen. Mensch, das wird den ganzen Markt nochmal umkrempeln. Also vielleicht war da auch, ich bin da jetzt nicht so tief drin, natürlich das, was man in den Nachrichten gelesen hat. Aber ansonsten so mit Samthandschuhen ein bisschen angefasst wahrscheinlich. Und dann ist der Markt zusammengekracht. Also vielleicht haben die Aufsichtsbehörden auch da ein bisschen weggeschaut. Möglich, ich meine, das ist jetzt ein anderes Thema. Aber da muss man immer gegenüber der BaFin fair sein, weil die machen ja ganz, ganz, ganz verschiedene Dinge. Und wenn da auf einer Ebene was falsch läuft, ist ja auf Weißkopf so einiges falsch gelaufen. Also sowohl in der täglichen Abwicklung, also wenn da BaFin-Mitarbeiter, die wissen, dass es da ein Problem gibt, plötzlich anfangen mit diesen Aktien zu handeln. Und dann hört man im Nachhinein, oh, da gab es keine interne Dienstanweisung, dass man das halt nicht darf. Also in einem normalen Unternehmen wird man dafür standrechtlich erschossen werden. Das ist völlig unmöglich. BaFin ging, also sowas hatten wir halt nicht. Also da ist ja ganz viel Schnut passiert auf ganz vielen Ebenen. Aber das eine hat häufig mit dem anderen nichts zu tun. Um mal ein Beispiel zu geben, ich habe mich mal mit dem zuständigen Referenten unterhalten, der damals dieses erste Hinweisschreiben mit verfasst hat. Also wo man gesagt hat, Bitcoins sind Rechnungseinheiten. Er meinte dann so, man muss sich halt mal angucken, wie viele sozusagen Player oder Stakeholder, sagt man dann ja neudeutsch, also Stakeholder dann an einen Tisch müssen, wenn man sich auf eine gemeinsame Linie zu Bitcoin oder ICOs oder sonst was festlegt. Das ist dann irgendwie Grundsatzreferat, Fintech-Referat, Verbraucherschutz, Erlaubnispflicht, Prospektpflicht, Marktüberwachung und noch ein, zwei. Ich glaube, er hat mir zehn oder sowas aufgezählt. Ich kriege die jetzt schon alle gar nicht wieder zusammen. Das ist ja so ein ganz eigener Mikrokosmos. Also du musst immer ein bisschen vorsichtig sein, nur weil bei der BaFin Punkt A furchtbar läuft, heißt nicht, dass Punkt zwei auch furchtbar ist. Also das ist immer ein bisschen Fairness, da sollte man ein bisschen trennen. Also Wirecard würde ich von diesen ganzen Krypto-Geschichten, also wirklich ganz, ganz strikt trennen. Das ist auch scheiße, sagen wir es mal so, aber das ist eine andere Frage. Ja, das war halt also ein Negativbeispiel aus der, ich sage es mal, alten Welt. Und jetzt kommt die neue Welt, wo wir auch schon viele, ja, Negativbeispiele hatten. Aber ich glaube, Wirecard ist, das geht einfach in die deutsche Geschichte ein. Und ja, ich kann mich gut erinnern, mein Partner bei Krypto-Eule, der saß nämlich bei Wirecard immer zur Mittagszeit, saß der mit seinem Auto gegenüber von Wirecard auf dem Parkplatz, beziehungsweise da an der Haltestelle, hat dann in Ruhe sein Mittagessen gegessen und hat gesagt, was die da alles rausgeschleppt haben an PCs und so weiter. Es war Wahnsinn. Wir haben ja gar nicht mitbekommen, das hat die BaFin ja eher so ein bisschen close to the chest gespielt. Also die haben das gar nicht so publik gemacht, wie sehr dadurch durchgekehrt worden ist. Also zum Beispiel, die, man muss ja verstehen, bei der BaFin, das sind ja Beamte, aber auf der höchsten Ebene sind es keine Beamte, sondern die kriegen halt Zeitverträge. Da wurden dann bestimmte Zeitverträge dann nicht, also nicht verlängert oder sogar gekündigt. Und am Ende des Tages, aus den höheren Führungsetagen, die einzigen, die da überlebt haben, sind halt ein bisher Staatssekretär und jemand noch eine Stufe weiter drüber. Das sind die einzigen beiden, die da umgeschoren davongekommen sind. Und das meine ich jetzt ganz wertungsfrei. Der Rest ist halt rausgeflogen. Und mir hat ein bekannter ehemaliger BaFin-Referent jeden Eid drauf geschworen, dass er eine sehr, sehr wichtige Person im ganzen Wirecard-Skandal im Grenzraum von Hessen in einer Buchhandlung an der Kasse hat sitzen sehen, weil er kannte die. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht, aber es ist halt zumindest eine sehr, sehr belastbare Information. Also wir haben gar nicht so gemerkt, wie sehr da durchgekehrt worden ist nach diesem Skandal. Vielleicht auch, weil man nicht wollte, dass jetzt sozusagen an die Öffentlichkeit kommt, wie schief da manche Sachen gelaufen sind. Aber wie gesagt, wie du gesagt hast, Stefan, das ist eine Geschichte aus der alten Welt. Hoffen wir, dass es sich in der neuen Welt nicht wiederholt. Denn wir sind, muss man natürlich sagen, wir sind natürlich jetzt in einer kritischen Phase. Es hat dann gesagt, FTX und sowas, ganz, ganz schlimm. Aber mit Mika kann das ja jetzt nicht passieren. Jetzt müssen wir jetzt natürlich nur hoffen, dass sich sowas mit unter Mika nicht wiederholt. Weil dann muss man die Frage stellen, ja, was soll denn das eigentlich das Ganze? Wenn das jetzt nicht einigermaßen funktioniert und Skandalchen wird es immer geben. Das ist immer so, weil dafür sind die Märkte viel zu komplex. Aber wenn es Mika nicht gelingt, so ganz schlimme Sachen zu verhindern, dann kann ich durchaus so Marktvertreter verstehen, die sagen, so, wartet mal kurz. Jetzt haben wir dieses Riesenkonstrukt. Das bringt Anwälten viel Geld. Und Philipp, Professor, haben wir dir viele Sachen, über die man schreiben kann. Aber uns kostet es Zeit, Nerven und sehr, sehr viel Geld. Und am Ende des Tages ist es doch nicht effektiv. Was soll denn das? Also da müssen wir jetzt wirklich aufpassen. Und da sollten wir quasi alle zusammenarbeiten, dass das funktioniert. Weil wenn es jetzt nicht funktioniert, das wäre jetzt richtig, richtig doof. Also das ist dann ein Vertrauensverlust, der wahrscheinlich nicht wieder gut zu machen ist. Ja, aber jetzt nochmal zum Verständnis. Nochmal wirklich ganz, ganz runtergebrochen. Was war FTX? Also was hat das mit, A, mit Blockchain zu tun, der Skandal? Ich persönlich meine gar nichts. Und was hat da, also wo hätte man ansetzen müssen bei Regulierung? Also sowas, Thema Krypto. Also nochmal zu verstehen, was war jetzt tatsächlich FTX? Und wo kann man da ansetzen, was jetzt? Weil ich könnte auch Schweinehälften traden. Also ob ich jetzt Krypto oder Schweinehälften oder sonst irgendwas mache, wenn ich Gelder veruntreue, wo muss man da ansetzen? Weil für mich ist das eigentlich der Kerngedanke, wenn ich einer, und das war ja eine zentrale Institution und deswegen bin ich auch so ein Verfechter von DeFi, überhaupt mal zu denken. Oder das sollte eigentlich nochmal bekräftigen, Mensch, diese dezentralen Börsen zum Beispiel, wo ich die Werte trotzdem bei mir verwahre und diese Börse als Dienstleister oder als Infrastruktur gilt, aber trotzdem meine Fans dennoch bei mir bleiben. Das wäre da zum Beispiel nicht gegangen. Aber nochmal zurück, also was war wirklich FTX, um das nochmal ganz klar zu verstehen? Also du machst da einen ganz, ganz wichtigen Punkt und das sehe ich im Grundsatz auch genauso. Was bei FTX schiefgegangen ist, hätte auch anderswo schiefgehen können. Das war also gewissermaßen ein Skandal und man könnte auch sagen ein Betrug, der halt im Kleid von Blockchain und Krypto stattgefunden hat. Aber genau diese Sachen hatten wir anderswo eben auch schon, weil wenn ich zum Beispiel meine Kundengelder nicht sauber trenne und die veruntreue und gewissermaßen immer weiter die Geschichten, das eingenommene Geld quasi dazu verwende, irgendwie den Laden am Laufen zu halten, das sind Sachen, die hatten wir schon immer. Und deshalb ist völlig richtig, dass FTX eigentlich kein Krypto-Skandal war. Und dass nur halt alle sagen, oh ja, typisch Krypto, weil es ja auch so undurchsichtig ist. Und manche Sachen, die da passiert sind, also diese Verquickung der verschiedenen Token und dass man zum Beispiel die eigenen Token als Sicherheit dann genommen hat, wo ich dachte, das ging in der normalen Welt, oder wenn es gemacht würde, das wäre entweder verboten oder sogar illegal im Sinne von strafrechtlich relevant. Von daher ist das ein schönes Beispiel, was passieren kann, wenn man in einem Markt eben keine Regulierung in dem Sinne hat. Und das ist jetzt auch ganz wichtig. Es wird immer gesagt, Regulierung. Aber Regulierung kann viele Sachen sein. FTX war auch reguliert, nur halt falsch reguliert und nicht ausreichend reguliert. Zum Beispiel FTX Europa, ich meine, die hatten auch eine Mifid- oder Banklizenz, eins von beiden. Und auch in den USA, das war jetzt nicht so, dass das rechtsfreier Raum ist. Nur die entscheidenden Regelungen haben halt nicht gegriffen, weil die bestehende Kapitalmarktregulierung dann ein bisschen dran vorbeigelaufen ist. Zum Beispiel solche Sachen wie, auf welche Art und Weise man Sicherheit gibt für bestimmte Transaktionen oder Trennung der Kundengelder. Im normalen Kosmos wäre das eben nicht mehr möglich gewesen. Das wäre ganz einfach verboten gewesen. Aber was ich interessant finde, du hast gerade den Begriff DeFi angesprochen, das sind jetzt auch diese zwei Denkschulen, die quasi durch FTX prominent geworden sind. Die waren vorher auch schon da, aber jetzt auch in dieser Zuspitzung. Es gibt halt Denkschule 1, die dann sagt, wir müssen, um diese Sachen zu verhindern, diesen ganzen Cryptospace stärker in die bestehende Regulierung einbeziehen oder darunter ziehen, um sowas zu verhindern. Und dann sagen wir halt, ihr müsst eure Konten sauber trennen und ihr dürft da nicht Marktmanipulation machen. Als ich das erste Mal gehört habe, was dann so passiert ist bei FTX, dachte ich sofort so, ey, Moment mal, das Insiderhandel, das ist Marktmanipulation. Also Entschuldigung, das gibt es ja gar nicht. Und dann wird das ja verhindert. Oder Denkschule 2, wir müssen den, und das ermöglicht dann halt die Blockchain, schon wie du es gesagt hast, den Faktor Mensch komplett rausnehmen und stärker in den Bereich Dezentralisierung gehen. Also ich finde es sehr interessant, was für zwei verschiedene und eigentlich fast schon einander ausschließende, auch nicht komplett, aber fast einander ausschließende Schlussfolgerungen aus dieser FTX-Pleite gezogen werden. Und diese verschiedenen Schlussfolgerungen gibt es am normalen Markt nicht, weil das eben nicht Blockchain-basiert ist, ganz genau. Und wenn du dann auch die Presse hörst, die Presse macht daraus, der Bitcoin-Banker ist schuldig gesprochen. Ja, gut, das ist ein ganz, ganz, ganz anderes Thema. Also ich habe schon häufiger mal E-Mails an durchaus populäre Leitmedien geschickt, wo ich gesagt habe, Leute, das ist fachlich einfach, das ist auch nicht Meinung, das ist einfach fachlich falsch. Und manchmal kommt da gar nichts zurück, manchmal kommt auch ein etwas technisches, oh, das ist ja interessant, zurück. Aber die Qualität der Berichterstattung ist natürlich schlecht. Das wissen wir leider zur Genüge. Ob sich das auch für eine Frage, vielleicht ändert sich das mit der Zeit. Also dadurch, dass es halt alles populärer wird und sich Leute mehr damit beschäftigen wollen. Also wir haben zum Beispiel zu der Finanzierung der Hamas in Gaza, da habe ich auch wieder so viel himmelschreienden Unsinn gelesen. Ich habe dann auch, es gab auch genau, also deutlich tiefergehende und rationalere Darstellungen, aber die tauchen natürlich dann, sagen wir mal, in einem großen Leitmedium in Deutschland nicht auf. Leider. Also Philipp meint da an der Stelle natürlich nicht das Leitmedium für die Kryptowelt BTC Echo. Wir hatten ja unseren lieben Sven Wagenbrecht bei uns auch im Call und ich denke, die gehen natürlich in die Tiefe. Aber natürlich, wenn jetzt, keine Ahnung, jetzt die Bild-Zeitung oder die Süddeutsche Zeitung in Frankfurt allgemein vielleicht noch mehr darüber berichtet, die haben natürlich jetzt nicht den Tiefgang. Und ich meine, da sind wir natürlich auch gefragt, Philipp und ich und andere, wie der Philipp Sandner auch in Frankfurt, hier Bildung zu betreiben. Und das müssen wir ganz, ganz intensiv machen. Ganz genau. Man kann es ja benennen, dass ich ja sprach jetzt zum Beispiel von einem Interview in der Zeit, das auch dann rumgeisterte, was mich wirklich erschreckt hat in der Simplizität. Und also, naja, das wird jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Ja, aber was eben auch interessant ist, also wenn wir mal kurz die Spange wieder zuzumachen mit der EU. Wir sind jetzt in einer Situation, dass wir wissen, Mika wird, also ist in Kraft und in einem guten Jahr wird sie dann auch greifen. Das heißt, wir sind ja noch in dieser Übergangsphase. Also, und gerade das, und da sind wir wieder bei dem Vortrag, Shando, von dem du immer sprichst, wenn man sich das mal mit den USA vergleicht, denn wir wissen ja nicht, was mit Mika wird. Wir wissen, es könnte sein, dass das das totale Desaster wird, weil die Aufsichtsbehörden hinterher kommen, weil die Kryptodienstleister das nicht richtig anwenden oder vielleicht werden sie totreguliert. Wir wissen das nicht. Vielleicht funktioniert es auch super. Nur, man hat jetzt erstmal eine gewisse Form von Rechtssicherheit. Und ich sage immer meinen Studenten, das muss man wissen, ich unterrichte Management-Studenten. Also, früher hat man gesagt BWL, aber jetzt sagt man ja Management, habe ich mir sagen lassen. Aber ich sage denen immer, gut, also mit den rechtlichen Rahmenbedingungen, das müssen nicht die tollsten sein, die man auf der Welt zu fassen bekommt. Also, das Recht muss nicht perfekt sein, solange man halt verlässlich weiß, was es ist. Und das ist mit Mika, also das wird gemeinhin unterschätzt. Jetzt hat man es mal und jetzt knirscht das erstmal über die nächsten Monate, vielleicht auch Jahre. Und das natürlich in so einer Fast-Moving-Ecosystem wie dem Krypto-Ecosystem natürlich nicht schön ist, wenn das so dadurch gebremst wird. Aber langfristig wird sich meiner Meinung nach das auszahlen einfach dadurch, dass man die Rechtssicherheit hat. Und wenn man mal mit Leuten spricht, die den Markt mit den USA vergleichen, dann sagen sie, ja, schön wär's. Ja, schön wär's. Ja, das hat man gemerkt, dass die SEC oder welche Behörde auch immer da ihre Finger im Spiel hat oder welche da zu Zugzwang kommt. Da sehen wir immer mehr, dass ganz viele Behörden in den USA eigentlich, wie es ja Europa gemacht hat, Copy-Paste aus der alten Welt in die neuen Welt übertragen, um schnell was auf die Beine zu stellen. Könnte ja jetzt die Amerikaner, könnten jetzt hinkriegen und sagen, ja, pass auf, Copy-Paste, was Mika da gemacht hat, beziehungsweise die EU, das könnten wir jetzt auch erstmal so grob anwenden, um hier einen Rechtsrahmen zu schaffen. Aber irgendwie kommt da gefühlt gar nichts. Das ist richtig und das ist natürlich verblüffend, weil die USA immer schon, eigentlich immer sehr, sehr schnell dabei waren, aktive Wirtschaftspolitik zu betreiben, das eben auch durch bestimmte Regulierungen kommt. Und das ist, jetzt müssen wir ein bisschen zwei Schritte zurückgehen und jetzt kommt diese Theorie dahinter, über die ich doch damals bei der Blockchain-Conference auch vorgetragen habe. Man muss ein bisschen verstehen, wie das US-Rechtssetzungssystem da funktioniert. Also erstmal grundsätzlich ist alles das Gleiche. Die haben Parlament, die haben Gerichte, die haben Aufsichtsbehörden. Das ist alles eins zu eins das Gleiche. Also nicht eins zu eins, aber genau dieselbe Funktionsweisen. In Europa sind wir, und das ist deutlich getrieben von Deutschland und Frankreich, auch von unseren Rechtskulturen, und das sind die beiden entscheidenden Rechtskulturen in Europa, ist man immer sehr präventiv unterwegs. Man will also versuchen, dass bestimmte Fehlentwicklungen gar nicht erst stattfinden. Und das ist nicht nur im Kapitalmarktrecht so, das ist überall so. Da gibt es immer Zertifizierungen, Standards, Erlaubnisse, ganz viele Regeln, an die man sich halten muss. Und das hängt natürlich vielen Unternehmern immer so ein bisschen zum Hals raus, das ist alles bekannt. Aber sind wir wieder beim Thema Rechtssicherheit. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz. In den USA ist es anders, weil man viel mehr den Märkten, also man hat tendenziell weniger Regeln, und man überlässt es mehr den Märkten. Und was man in den USA gemacht hat, und das ist total normal, man wartet erst mal ab, was denn so passiert, und dann hat man seine bestehenden Regelungen, und die wendet man jetzt erst mal auf den Blockchain-Kosmos an. Wir erinnern uns, das hat man in Europa auch gemacht. Man hat geguckt, ist das ein Finanzinstrument, ist das ein übertragbares Wertpapier und so weiter und so fort. Aber die schon erwähnte SEC, die verfolgen noch einen anderen Regulierungsansatz, nämlich die Idee ist, und ich mache das jetzt noch ein bisschen flapsig, aber es ist in der Sache schon nicht falsch, wenn auf dem Markt was schiefläuft, dann greifen wir uns ein, verprügeln den dermaßen, dass der gar nicht mehr weiß, wo er ist. Und das ist dann ein abschreckendes Beispiel an den Rest. Und das ist immer so. Das ist das US-Rechtssystem. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, denn interessanterweise funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut. Das Schutzniveau in vielen Bereichen ist, so was um Verbraucherschutz und so ist, durchaus vergleichbar mit dem europäischen. Häufig nicht ganz genauso, aber durchaus vergleichbar. Man kommt aber eben aus einer anderen Richtung. Anstatt ganz, ganz viele Regeln zu machen, sagt man, so, hier passt auf, dass das sicher ist, und wenn nicht, dann seid ihr aber dran. Und zwar richtig. Das ist so das schöne Begriff, der Shotgun behind the door. Also es kommt wirklich, das kommt nicht von mir, das Schrotfinsel der Tür, das hat mal ein ehemaliger SEC-Vorsitzender gesagt. Und daher kommen auch so Sachen wie diese Schadensersatzansprüche. Vielleicht kennt es jemand, das ist ja so ein bisschen auch inzwischen populär. Stella Liebeck, diese alte Dame, die sich dann am McDonald's-Kaffee verbrüht hat, mit dem Argument geklagt hat, wie hat keiner gesagt, dass er heiß ist und dafür 1, irgendwas Millionen Dollar bekommen hat. Das ist so dieser Spin. Und das hat man im Kryptobereich eben auch gemacht. Da kamen diese Sachen und das war genau derselbe Timeframe, 2016, 2017. Und da hat die SEC dann mal geschaut, okay, was ist denn da gerade los? Und dann hat die SEC ihre Meinung zu verschiedenen Projekten gegeben. Das war erst mal nur Meinung. Und diese Projekte kennen wir auch vom Namen her. Das sind zum Beispiel die DAO, wo das natürlich auch sehr stark verwurzelt ist in Deutschland. Oder auch so Sachen wie Manche. Und die haben einfach gesagt, wir sind der Meinung, dass diese Token Wertpapiere, also Securities, im Rahmen des US-Rechts sind, so weit, so ähnlich wie in Europa, als Investment Contract. Und Investment Contract ist so eine Unterfallgruppe, die haben wir so äquivalent in Europa nicht. Und jetzt wird es schön, das kennen die meisten ja auch, da kommt der sogenannte Howey-Test. Von dem haben auch schon viele was gehört. Der Howey-Test, was viele aber gar nicht wissen, ist, wo der herkommt. Das kommt von einem Zitronen- oder Limonen-Hain von 1946. Und da konnte man also auch investieren. Und da war die Frage, ist das jetzt eigentlich was Kapitalmarktrechtliches? Und das muss man sich auch mal überlegen, dass die Frage, ab jetzt Bitcoin oder Ripple oder was auch immer, ob das jetzt Wertpapiere im Sinne der US-Finanzaufsicht sind, wird dann eine Leitentscheidung gemessen, der es um Zitronenbäume ging, vor, naja, 80 Jahren. Und das ist schon, das zeigt, dieses Zuwarten, was in den USA eigentlich notüblich ist, ist so dieses, wir warten ab, was macht mal? Und dann schnappen wir ab und zu mal zu, das ist im Kryptospace mordsmäßig nach hinten losgegangen. Denn vielleicht erinnert ihr euch auch noch, als so 2017, 2018 diese Entscheidung, DAO, Munchie, und da waren noch ein, zwei andere, Airfox oder irgendwie sowas, rauskamen, da ging es auf einmal los mit Geoblocking, da konnte man nämlich aus den USA nicht mehr an ICOs teilnehmen, weil sämtliche Gründer einen Mordschiss hatten und auch nicht ganz zu Unrecht, dass sie plötzlich die SEC am Hals haben. Denn die SEC, das muss man zum Beispiel wissen, die können für ihre Ermittlungen das FBI hinzuziehen. Und bei allem Respekt vor der BaFin, das ist schon eine andere Hausnummer, wenn man das FBI am Hals hat. Und vielleicht wollt ihr auch einer dieser Gründer nochmal in die USA einreisen. Also ich sage es ganz ehrlich, ich habe immer ein bisschen Klos im Hals, wenn ich am JFK-Flughafen in New York oder so stehe und da wird dann auf Herz und Nieren alles gecheckt. Also mir ist es immer schon so ein bisschen mulmig. Und das ist halt einfach eine riesen Abschreckung gewesen. Und ab diesem Moment, 2017, 2018, wo die SEC da das erste Mal zugeschnappt hat oder in dem Moment haben sie eigentlich fast erst mal nur gedroht, war der Markt in Richtung Crypto Securities so gut wie tot. Da ist erst mal gar nichts mehr passiert. Also auf der Zahlungsebene ist was passiert. Also wir hatten dann da viele Zahlungstoken natürlich, viele US-Stablecoins. Aber so in diesem wertpapierrechtlichen Bereich, wo wir in Europa dann diese Security-Token hatten und sowas, was so 2020 dann losging, das ist in den USA immer noch so. Und die haben immer noch in der Ripple-Case, da war jetzt die erste Entscheidung, war ja im Juni, also im knappen halben Jahr, da ging es immer noch um die gleiche Frage, die ist in Europa seit Jahren ausdiskutiert. Es geht immer noch um die Entscheidung, ist das jetzt ein Wertpapier oder nicht? Und da waren wir bei Ripple. Und da wusste man in Europa schon 2018, 2019, nein, ist es natürlich nicht, ist es völlig klar. Und das ist der Punkt in den USA, es ist quasi unreguliert, im Sinne von, man weiß nicht, was es ist, aber in Kombination mit diesen doch eher drakonischen oder sagen wir mal sehr, sehr strikten Strafen, die da drohen, sorgt es dafür, dass der Markt an der Stelle einfach nicht abhebt, weil die sich nicht trauen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und das hat, muss ich auch nochmal sagen, das hat in der analogen Welt bisher immer sehr gut funktioniert, jetzt aber nicht. Und das finde ich spannend. Da hat man nämlich mal ein schönes Beispiel, dass die Rechtssicherheit, wenn die nicht da ist, so einen Markt an der Entwicklung nicht nur hindern kann, sondern einfach es verhindern kann. Und das ist, das ist, das ist für die Juristen einerseits schön zu sehen, aber natürlich ganz furchtbar. Findest du, es kann auch an einer Person so ein bisschen liegen, die, die Präferenzen von Gary Gensler, denke ich an der Stelle, kann der sich überhaupt halten, wenn dann, so Stefan hat von Coinbase erzählt, wo Hongkong angeklopft hat, ihr könnt übrigens zu uns gerne kommen, wenn es zu stressig wird. Also kann gerade in den USA eine Person da so eine Macht haben und das Ganze, ich denke jetzt aber auch an andere, ich denke jetzt zum Beispiel an den, mir fällt gerade nicht ein, wie der Chef von JP Morgan heißt, den ich beim letztes Jahr beim Weltwirtschaftsforum, habe ich gesehen, warum redet ihr überhaupt über Bitcoin noch, das ist ein totaler Scam, also das sind schon Große, die viel, viel, viel zu sagen haben, einzelne Personen, die dann aber auch marktbestimmend sein können, oder? Ja, letztlich schon, also die SEC ist natürlich kein monolithischer Block, also Gary Gensler ist natürlich ein bisschen schwer, weil wenn man so ein bisschen aussieht, das wird ja auch immer sehr unfortrat fotografiert, wird ja auch immer so fotografiert, als sei er irgendwie so aus einem Nosferatu-Film aus den 1920ern, das ist ja immer so schlagend, so irgendwo zwischen Nosferatu und dem Imperator Star Wars, aber der denkt sich das jetzt nicht alleine aus, der denkt sich das nicht alleine aus, also ich weiß auch nicht, woher diese sehr konservative Denkschule da kommt, das sind ja nicht alle in der SEC, es gibt ja noch andere Commissioner, die dann halt nicht die Chief Commissioner sind, aber zum Beispiel Hester Pierce oder sowas, die ist da viel, viel flexibler und viel liberaler, aber das stimmt natürlich und das wird natürlich schon in der Zentrale vorgegeben und da darf man jetzt natürlich auch nicht das gesamtpolitische Klima in den USA vergessen, das sind schon, die haben viele andere Sachen auf dem Teller und diese politische Sache, was passiert politisch und was passiert in den Aufsichtsbehörden, das sehen wir auch sehr schön an UK, wenn wir mal ganz kurz den Schwenk machen, jahrelang war die FCA oder in England oder die jeweiligen Aufsichtsbehörden waren immer ganz vorne mit dabei, neue Technologien und neue Geschäftsmodelle so mit Samthandschulen und sehr, sehr, sehr responsive nennt man das, also sehr, sehr im Dialog anzufassen, um die aufzupäppeln und zu gucken, wie funktioniert das denn am besten, das war so ein Grund, warum die Engländer eigentlich nie wollten, dass man eine europäische Aufsicht auch hat, auch über alles, weil sie ja ihren Vorteil an der Stelle das lieber so machen wollten, aber seit 2016 ist da gar nichts, also da hat man jahrelang aus England nichts gehört, ja klar, die haben halt einfach mit Brexit so dermaßen zu kämpfen gehabt, dass sie da wenig Kompetenzen frei hatten und ich glaube, dass es in den USA nicht so viel anders ist, denn diesen Geschichten mit Trump und was da so alles passiert, da gibt es einfach ganz wenig Politiker, die das auch forcieren, denn wenn wir auch mal nach Deutschland gucken, man hat ja seinen Augen kaum getraut, das war so 2020, was auf deutscher Ebene rechtlich passiert ist, dass plötzlich Kryptowerte ins KWG eingeführt worden sind, obwohl man es nicht hätte machen müssen an der Stelle oder dass das EWPG angeschoben worden ist, gut, war sehr sinnvoll, das grundsätzlich so was zu machen, weil es einfach das deutsche Recht sehr unvorteilhaft war, aber woher kam das denn, das wurde von drei, vier Politikern, also man könnte ein bisschen, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber so ein bisschen Sachhinterbänklern, also jedenfalls die, die nicht so in voller Verantwortung waren, die aber gleichzeitig Freunde in den Ministerien hatten und die haben das halt betrieben und dann ging das voran und das scheint in den USA zu fehlen und wenn ich mir zum Beispiel mal angucke, wer denn da so eher die Bitcoin-Freunde sind, vielleicht machen wir in der Szene jetzt hier ein bisschen nicht so die vielen Freunde, aber das sind Leute, mit denen würde ich mich häufig nicht an den Tisch setzen, weil ich denke, ihr seid doch eigentlich, also alles, was so alles andere betrifft, totale Spinner und das ist so jetzt meine politische Einstellung dazu, aber es gibt halt niemanden, der halt so in der zweiten Reihe steht und sagt, da müssen wir jetzt mal was tun, also es wird, die SEC wird auch sehr, sehr allein gelassen und man muss auch sagen, also ich teile die Rechtsverfassung von dem Herrn Gensler überhaupt nicht, also ich halte es für Quatsch, wie die meisten anderen ja auch, aber die machen zumindest, wenn man es sich mal abstrakt, strukturell anguckt, genau das, was sie vorher auch gemacht haben, nur eben nicht im Kryptobereich, sie sagen halt, wir wissen nicht, wie es ist, in den USA verlassen wir uns an der Stelle sehr, sehr auf die Gerichte und die Gerichte sollen das jetzt mal entscheiden und dafür müssen wir halt erst mal was vor Gericht bringen und da sind wir halt so ein bisschen auch so ähnlich wie Staatsanwälte unterwegs und wir wollen halt diese Entscheidung haben und das ist nichts Außergewöhnliches, was Außergewöhnlich ist, ist natürlich, Shandor, du hast es gesagt, diese doch sehr, naja, zielotenhafte, das sei ja alles so schlimm und das sei alles nur Betrug und so weiter und so fort, ja gut, man hat seit jahrelang tot, quasi tot gedroht, was da passiert ist und so konnte sich keine Belastbare oder auch ein bisschen, naja, da hat jetzt keine Bank gesagt, oh, in den Markt nehmen wir jetzt alles mal rein, wenn JP Morgan sowas seit 2018 an Security Token gearbeitet hätte, dann hätte Herr Gensler sich nicht hingestellt und gesagt, ihr seid ja alles Betrüger, das wäre völlig absurd gewesen, ja, also das ist ein bisschen so eine ganz ungute Wechselwirkung, die da passiert ist und ob er sich noch halten kann, muss man mal sehen, ich weiß gar nicht, wenn seine Tenure gewissermaßen abläuft, aber ich glaube, man lehnt sich nicht allzu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass der Gensler wahrscheinlich nicht mehr so ganz so lange am Ruder sein wird, aber das ist jetzt Zukunftsmusik. die US-Wahl wird da sehr entscheidend über seinen Posten, weil die Republikaner ja schon ganz deutlich gesagt haben, bei uns fliegt der ganz schnell raus und gestern Nacht ist jemand aus der US-Regierung hingegangen, ich weiß nicht genau, wer es war, aber da kam die Aussage, ich würde sein Jahresgehalt von 300.000 Dollar auf einen Dollar senken, weil er kriegt ja eh nichts hin. Und du hattest ja die Beispiele, wie man ihn fotografiert, also ich kenne nur den Vergleich mit Smithers von Simpsons. Ach, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist der Burns und dann ist der Smithers daneben. Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, das ist der Burns ist hauptsächlich, aber Smithers habe ich auch schon gesehen. Aber Burns, dieses, ja. Wir machen für die Röhre, wir machen gerade alle seine gewisse Handbewegung, wie was den Simpsons bekannt ist. Ausgezeichnet. Genau. Wenn man sich aber auch überlegt, wie das in den USA losging, Bitcoin, was ist das? Ist das SEC? Ist das CFDC? CFDC, wo geht das hin? Also dieser Streit erst mal, nee, du regulierst das, nee, du musst das regulieren, nee, ist doch ein Rohstoff, nee, ist doch ein Wehrpapier. Ja, was denn denn? Das war ja ein Hin und Her. Und das geht ja jetzt auch noch weiter. Es ist ja, die Gesetzgebungskompetenz in den USA sind viel, viel unklarer, als das bei uns ist. Ich vereinfache, also ich bin da jetzt echt kein Kenner, nicht, dass ich jetzt was ganz, ganz Falsches hier sage. Also es wird nicht ganz, ganz falsch sein, aber grundsätzlich liegt da viel mehr Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern. Bei uns ist es ja so, in Deutschland, gesetzgebungstechnisch gemacht und die Länder müssen es dann ausführen und dafür haben die halt viel Mitspracherecht im Bundesrat. Ja, das ist so das Grundprinzip. In den USA ist das anders. Da ist es eine sehr strikte Trennung, was jetzt Staat im Sinne von Mitgliedstaat ist und was jetzt Federal Level, also USA und Washington ist. Und es ist total umstritten, ob jetzt eigentlich das Federal Level, also auf Washington Ebene überhaupt, ob solche Regulierung überhaupt kommen darf, weil die dürfen das nur bei einer gewissen Wichtigkeit. Und jetzt beiße ich die Katze wieder in den Schwanz. Dadurch, dass man da ja so viel Tod reguliert hat oder eben nicht reguliert hat, ist es halt auch nicht so sonderlich wichtig und jetzt weiß man halt auch nicht, ob das jetzt gemacht werden kann oder nicht. Also das ist so ein bisschen so ein Plattortum mobilier, fängt man wieder von vorne an. Also das ist, in der Außensicht stellen sich diese Sachen manchmal sehr, sehr viel einfacher dar, als sie dann tatsächlich auch sind. Aber was auch klar ist, es scheinen ganz, ganz viele Mitgliedstaaten, also Bundesstaaten, ihre eigenen Gesetzgebungsentwürfe in der Tasche zu haben und sagen inzwischen ja auch alle, das hat man aus der SEC ja auch gesagt, Leute, wir brauchen da gesonderte Regeln, weil das funktioniert so nicht. Das haben sie ja auch gesagt, das ist auch ganz klar. Ja, mich wundert einfach dieser normalerweise sehr technologieoffene Markt. Also weiß nicht, vielleicht können wir da auch nochmal reingehen. Ich meine, das war letztes Jahr die Silicon Valley Bank, die dann einfach untergegangen ist. Übrigens, drei der größten Banken, nee, also drei von vier der größten Bankenbleiben sind letztes Jahr passiert. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also sind wir jetzt auch vielleicht kurz vor einem erneuten Kollaps? Ich meine, ich komme aus der Baubranche. Bei uns kollabiert gerade alles und zwar alles. Und weil wir vorhin über deutsche Wirecard gesprochen haben, wenn hier jetzt Adler-Immobilien untergeht, dann gute Nacht. Das war übrigens auch einer der Gründe, warum wir so tief in den Bärenmarkt gefallen sind. Zwei große Banken, die viel mit dem Kryptomarkt zu tun hatten. Silicon Valley Bank, die dann diese Träume finanziert hat und Silvergate, die ein On-Border waren für Kryptoinvestitionen aus der normalen Welt, aber auch für Institutionen. Also das waren zwei ganz große Bestandteile, die wirklich diesen Bärenmarkt auch so lang gestreckt haben, weil es kam nicht viel Liquidität, weil da wirklich zwei große Bestandteile aus den USA weggeflogen sind. Klar. Und wenn man dann obendrauf noch einen der größten Handelsplätze der Welt quasi zeitgleich sozusagen vor die Runde gehen sieht, ganz klar. Also ich muss sagen, ich halte mich aus den Diskussionen mit dem Bankensystem immer so ein bisschen raus, weil da verlasse ich immer so ein bisschen den Bereich, wo ich mich jetzt wirklich trittsicher auskenne. Aber was natürlich politisch klar ist, man wird sämtliche Register ziehen, damit die Banken nicht pleite gehen. Man kann es ja mal positiv formulieren. Ich meine, Sandu hat das gesagt, es ist schon bedenklich oder schon auffällig, dass wir diese Riesenpleiten haben. Wir haben aber davon so gut wie nichts mitbekommen. Von daher könnte man jetzt auch das umdrehen, also wenn man es sozusagen positiver sieht und sagen, na gut, wenn man nichts davon mitbekommen hat, dann scheint das System ja relativ stabil zu sein. Das System insgesamt, nicht die einzelne Bank, sondern das System insgesamt und gerade Silicon Valley war natürlich auch so ein bisschen so ein Sonderfall. Also Stefan, du hast gesagt, der Bärenmarkt hat zu lange angehalten, aber das bedingte sich auch beides so ein bisschen. Dadurch, durch die ersten Pleiten kam ja auch dann die Silicon Valley Bank selbst erstmal ins Straucheln. Aber wie gesagt, das mit dem Bankensystem, ich versuche es immer so ein bisschen von dem Sack, die Kryptosachen, die ich mache, zu trennen, weil ich komme halt aus dem Bereich der Infrastruktur und ich komme aus dem Bereich der Wertpapiere. Stablecoins, da haben wir schon die ersten Überschneidungen oder dann halt die digitalen Zentralbankwährungen. Aber ich versuche mich da mal so ein bisschen rauszuhalten, weil es halt häufig dann nicht juristisch ist, sondern politisch und manchmal auch ein bisschen ideologisch und manchmal sogar ein bisschen mehr. Und das ist nicht so ganz meine Welt. Ja, du hast gesagt, das System hat gehalten. Ja, das hat man tatsächlich gemacht. Man hat den Kunden, die noch Geld da hatten, Silvergate war das krasse oder Silicon Valley, glaube ich nicht 100 Prozent, aber bei Silvergate, bei den normalen Kunden, hat man das Geld dann einfach kein Problem. Eure Einlagen sind sicher und hat einfach wieder neues Geld. Fingerschnipsend erschaffen und den Leuten gegeben. Zack, genau. Habt ihr euer Geld, braucht man doch nicht weiter drüber reden. Ist passiert, habt nichts gesehen, weitergucken so ungefähr. Ja. Du hast angesprochen das Thema Stablecoins und natürlich, was da drauf basiert. Stablecoins, ich glaube, ganz spannendes Thema mit PayPal aufgekommen jetzt. Es kommt neben Meta, die dann ja erstmal alles beiseite geschoben haben. Die Entwickler haben eigene Projekte erschaffen mit der Blockchain Uptos und Sui, auch ganz spannend, die eigentlich an dem Facebook Stablecoin gearbeitet haben. Und jetzt kommt ein nächstes Unternehmen mit PayPal, auch aus den USA, die jetzt den Stablecoin ganz schnell rausgebracht haben, was ja so schnell ging. Gut, sie hatten gewisse, äh, sie hatten gewisse Hilfen mit dem Layer 3 von der Firma und so weiter. Also es ging recht fix, weil halt jetzt neue Strukturen da sind, die Facebook damals, beziehungsweise Meta damals nicht hatte. und nun ist dieser Stablecoin da. So, jetzt sagen alle, ja, Stablecoin-Markt reguliert, weil wir haben jetzt PayPal, PayPal hat so und so viele Kunden, PayPal hat eh mit Finanzen zu tun, jetzt können wir den PayPal Stablecoin nutzen. OKX ist da die große Anlaufstelle, die immer mehr Handelspaare in den Umlauf bringt für den PayPal Stablecoin. Jetzt die große Frage, wie sieht es rechtlich aus? Sind wir da genauso wieder an dem Fall, dass wir sagen, oh, die USA wird dagegen schießen, weil Meta ja schon einen auf dem Deckel bekommen hat? Oder sagt man, PayPal, ihr habt eh mit Finanzen zu tun, bei euch ist das in Ordnung? Ich glaube, das wird genauso laufen, denn PayPal, man darf das ja nicht unterschätzen, die sind ja Bank. Die haben eine Banklizenz, also in Europa haben sie, ich glaube, eine Vollbanklizenz, aber ich glaube, als Kreditinstitut sind sie, weil sie auch eine E-Geld-Lizenz haben, das weiß ich nicht, aber die sind komplett die Fallheit unter die strikste Regulierung drunter, die wir in Europa haben. Und das war ja auch das, und gleichzeitig haben sie halt das nicht, was Meta haben, nämlich diesen Zugriff auf Meinungen, Daten und so weiter und von daher ist PayPal eigentlich, wenn man es jetzt mal allein durch die Regulierungsbrille betrachtet, eigentlich das, wie man es ja eigentlich haben wollte. Man will Stablecoins ja auch nicht verbieten in Europa, sondern man will sie eigentlich nur die Anforderungen so hochlegen, dass es eigentlich nur Banken machen können. Ich bin mir jetzt zum Beispiel gar nicht sicher, das habe ich nicht verfolgt, wie die US-Reaktionen auf das ganze Meta-Projekt eigentlich waren. Vielleicht wisst ihr da sogar mehr, weil ich habe es zumindest nicht wahrgenommen. Vielleicht auch einfach deshalb, weil das von dem Pulverdampf in Europa einfach überschattet worden ist. Aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das ganze Meta-Projekt in den USA jetzt gar nicht so sehr im Fokus stand. Oder vielleicht wisst ihr da mehr als ich. Also das, was ich mitbekommen habe, es ging halt wieder um das Thema Lizenzen, die sie nicht haben, die sie dann erbringen müssen. Und in Europa, wo man ja eh gegen Meta schießt, denken wir dran, was jetzt kommt mit Instagram. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommst. Ab nächstes Jahr, Instagram gehört ja auch zum Meta-Konzern, wo wir dann alle bestätigen müssen. Entweder du zahlst oder so ein Abo-Modell oder du bestätigst, dass du kostenlos bleiben willst und dann musst du viel Werbung ertragen. Das ist jetzt schon. Das ist jetzt schon. Ja. Also bei mir, bei meinen Konten, die ich so ein bisschen offen habe, da kommen eben genau diese. Also musste ich schon alles durchmachen. Aber noch hast du die Werbung nicht. Die kommt dann ab nächstes Jahr. Ich habe relativ viel Werbung. Oh, okay. Ja, auf jeden Fall. Mir ist gesagt, von ab dem 1.1. geht es erst richtig los und dann werden wir es richtig spüren. Okay, ich bin mal sehr gespannt. Aber nächstes Jahr, wenn wir auf solche Plattformen gucken, kommen da eh sehr viele Neuerungen und auch Erhöhungen, Spotify und so weiter. Hören wir auf. Aber das werdet ihr alle, glaube ich, sicherlich noch mitbekommen. Und da war eigentlich so, dass ich mitbekommen habe, dass die EU eigentlich gar nicht für dieses Ganze ist. Man schießt ja auch viel gegen Meta, was Datenschutz und so weiter angeht. Und wenn die jetzt noch einen eigenen Stablecoin, also eine eigene Währung rausbringen, bevor wir, und ich weiß nicht, ob das damals schon in den Köpfen war, als das Ganze aufkam, bevor wir unsere digitale Währung rausbringen, ich weiß nicht, ob damals schon der digitale Euro so in der Schublade lag wie heute. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ein bisschen mit dem Kopf, ja, ich glaube es auch, weil das ist einfach neu und damals war es noch nicht so weit und jetzt ging es relativ schnell mit dem, was sie alles gesagt haben. Aber man hatte eigentlich aus EU-Sicht mehr dagegen geschossen, als in den USA. Da ging es eigentlich nur um Lizenzen, die sie noch nicht hatten und trotzdem schon loslegen wollten. Das ist das, was ich mitbekommen habe. Genau. Aber das deckt sich dann mit meiner, was ich so wahrgenommen habe. Genau. Und das ist ja ein interessanter Punkt, auch mit der Zentralbank. Was du gesagt hast, Zentralbankwährungen, die lagen noch nicht so in den Schubladen. Nee, lagen sie wirklich nicht. Und das war natürlich das andere, was so getriggert worden ist in Europa. Also durch diese ganze, durch diese Meta-Affäre. Also einerseits Lika mit den Stablecoins und auf der anderen Seite halt auch wurde die Notwendigkeit aufgezeigt, dass man in Europa vielleicht, und zwar jetzt nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern vielleicht auch aus geostrategischen oder auch einfach aus politischen Gründen überlegen sollte, ob man eine digitale Bezahlmöglichkeit oder eine andere digitale Bezahlmöglichkeit schafft. Und das wurde natürlich durch Meta auch getriggert. Also seitdem geht es halt auf der Ebene rund. Wir haben jetzt seit fünf Monaten einen Entwurf für den digitalen Euro, mit dem aber keiner was anfangen kann. Da steht dann drin, ja, der digitale Euro ist ja nicht programmierbar, aber die Leute verstehen unter Nichtprogrammierbarkeit halt was ganz anderes. Der eine sagt halt, damit ist halt so ein Kill-Switch gemeint oder so ein automatischer, naja, Inflationsbutton oder irgendwie sowas. Oder Deflationsbutton, je nachdem. Und die anderen sagen, und die anderen sagen ja Programmierbarkeit, das bedeutet aber so Interoperabilität zu irgendwelchen Smart Contracts oder irgendwie sowas. Ja, also allein solche Sachen versteht ein einfacher Satz und alle verstehen es anders. Und am Ende steht da drin, dass die EZB das ja weitgehend frei ausgestalten sollte. Die Banken sagen, wir wissen gar nicht, wie wir das machen sollen. Also was ihr da schreibt, das ist für uns, also wirtschaftlich überhaupt nicht sinnvoll. Warum sollten wir das denn jetzt machen? Also digitaler Euro, auch wenn das jetzt da so losgetreten worden ist und auch ein erster Entwurf auf dem Tisch liegt, da wird noch ziemlich viel Wasser die Flüsse runterfließen, bis das, und da brauchen wir ja noch eine Trial-Phase und so weiter. Das wird noch lange dauern. Und dadurch wird natürlich Mika mit den Stablecoins interessant. Worüber wir nämlich noch gar nicht gesprochen haben, ist, Mika könnte im Guten wie im Schlechten jetzt eine gewisse Symbolwirkung oder eine gewisse Schablonenwirkung für andere Länder haben. Denn jetzt liegt das auf dem Tisch und es gibt so einen alten Juristensatz, das kommt eigentlich von den Anwälten, wer schreibt, der bleibt. Also wer den Vertragsentwurf vorliegt, der hat bessere Karten. Und das ist bei Mika irgendwie nicht anders, weil dann, wir haben es auf dem Tisch liegen und dadurch werden sich andere Länder entweder daran orientieren, denn das finde ich immer ganz wichtig, Europa macht sich bei solchen Sachen, und ich sehe es jetzt aus juristischer Sicht, immer kleiner, als es eigentlich ist. Du hast ja vorhin auf den Datenschutz mehrfach kurz angesprochen, Datenschutz immer ganz, ganz verhasst und nicht verhasst der Datenschutz, sondern was die Datenschutz-Grundverordnung von manchen Unternehmen oder auch von uns mit irgendwelchen blöden Cookies und sowas, die dann doch irgendwie nichts bringen, verlangt. Aber ganz viele Länder wollen das jetzt ähnlich machen. Kartellrecht und Datenrecht ist die EU da weltweit führend. Also inzwischen ist es so, dass was so die großen Konzerne ankommt, dass dann ganz anders als früher US-Politiker und Leute aus Aufsichtsbehörden nach Europa kommen und sich das angucken, weil sie es interessant finden. Und das könnte mit der Mika jetzt auch passieren. Und selbst wenn ein Land, nennen wir es mal Singapur oder Australien oder Brasilien, ist völlig egal, selbst wenn die sagen, wir wollen es nicht wie Mika machen, haben sie es natürlich auf den Tisch legen und nehmen das dann so als Gegenglaubhause. Also selbst indirekt wird das eben Einfluss haben. Und das ist nun natürlich das Spannende, wie das jetzt weitergeht. An der Stelle haben wir noch über ein Land überhaupt nicht gesprochen und das ist Lichtenstein, TVTG. Und so wie ich das wahrgenommen habe, 2019 ist es ja eingeführt worden, wir werden, worauf ich mich auch sehr, sehr freue, den Vater des TVTG hier bei uns dann auch im Podcast haben, den Dr. Thomas Dünser, da freue ich mich schon sehr drauf, der jetzt gerade aber auch die Stabstelle Finanzplatz-Innovation der Lichtensteiner Regierung verlassen hat, aber eben vielleicht da sogar den ersten Rechtsrahmen geschaffen hat für ganz, ganz viele Möglichkeiten. Also dieses Bitcoin- und Token-Gesetz, hat das nicht auch jetzt zunächst mal im deutschsprachigen Raum, dann natürlich auch die Schweiz und irgendwie Europa auch nochmal vor Mika noch eine gewisse regulatorische Sicherheit geschaffen? Ja und nein. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also ich kenne aus dem TVTG, TVTG jetzt die Vorschriften, mit denen ich mich jetzt mal näher beschäftigt habe, aber nicht das ganze Gesetz, aber jetzt das, was immer so als relevant rausgestellt wird. Wovon wir jetzt die ganze Zeit geregnet haben, ist das Aufsichtsrecht. Also der Staat hat ein Auge drauf, was passiert. Aber das ist ja nur 50 Prozent des Ganzen. Das andere ist das Zivilrecht. Nämlich die Frage, wie können wir jetzt eigentlich bestimmte Wertrechte, Token rechtssicher übertragen? Da wird es jetzt wieder so ein bisschen nerdy, aber in Deutschland ging das halt lange Zeit nicht. Also wenn man auf deutschem Recht sagt, ich gebe dir ein Token und da hängt noch irgendein Anspruch dran, also sei es Geldzahlung, du kriegst Geld, wenn du 10 Prozent unseres Gewinns, wenn du diesen Token hast, das ist halt nicht automatisch dann mit der Tokenübertragung vollzogen, sondern das kann auseinanderfallen aus irgendwelchen Gründen. Und auch wenn es in 99,5 Prozent der Fälle nicht auseinanderfällt, also wenn ich Stefan sagen würde, ich übertrage dir jetzt den Token, dann übertrage ich wahrscheinlich auch die Forderung, aber selbst diese 0,5 Prozent reichen halt, dass du damit keinen stabilen Handel aufstellen kannst, weil das muss sicher sein. Ich muss wissen auf einem Börsenplatz, dass wenn ich dir etwas verkaufe, dass das dann rechtswirksam ist. Das muss ich wissen. Und 99,5 ist nicht, das ist not good enough. Und an der Stelle hat das Lichtensteiner-Recht halt angesetzt, dass sie gesagt haben, wir wollen Rechtssicherheit schaffen. Und das ist das sogenannte, da wird er dann lange drüber sprechen, das Containermodell, dass man sagt, uns ist jetzt völlig egal, was dranhängt. Ja, der Token ist quasi ein Container, der die Rechte mitnimmt. Fertig. Ganz simpel. Ja, in Deutschland würden da wahrscheinlich verschiedene Zivilrechtsordinarien, also die großköpferten Professoren, die etwas länger dabei sind als ich, die würden wahrscheinlich reinweise Selbstentleibung betreiben, weil das geht ja gar nicht. Aber das hat in erster Linie halt diese Rechtssicherheit, einen rechtssicheren Transfer möglich zu machen. Und das ist, was wir in Deutschland halt gemacht haben, auf etwas kleinerem Niveau und dann etwas später mit dem EWPG. Muss man auch dazu sagen, manche Länder brauchten das von vornherein gar nicht. Ja, also in vielen Ländern war es schon von vornherein üblich, dass solche Wertrechte schon einfach körperlich, also unkörperlich übertragen werden konnten. Und das war in Deutschland eben nicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie die Rechtslage vorher in Lichtenstein war. Aber wir müssen eben an der Stelle trennen, bei dem TVTG geht es nach meinem Verständnis in erster Linie darum, dass die halt diese Übertragbarkeit und damit auch Handelbarkeit zivilrechtlich sicherzustellen. Wobei gewisse Mika-Einflüsse sind da auch, also die müssen da jetzt auch ändern. Ja, nur man muss natürlich jetzt auch ganz, ganz, wie ich sagen, und das ist jetzt nicht böse gemeint, Lichtenstein ist Lichtenstein. Ich finde es bewundernswert, wie schnell die da reagiert haben und auch der Impact, der das dann hat. Aber am Ende des Tages ist das trotzdem Lichtenstein und Lichtenstein ist halt trotzdem im europäischen Wirtschaftsraum angedockt und so weiter. Das heißt, an Mika und sowas müssen sie sich halt trotzdem halten. Ja, es bleibt spannend, weil Lichtenstein hat halt mit dem Blockchain Act, ja, weiß ich nicht, so eine Art Vorreitereffekt hatten sie auf jeden Fall. Ja, und das Thema, was jetzt da aufkommt, und RWA ist ein Thema, was bei mir im Livestream immer gefragt hat. Was hältst du von RWA? Also Real World Assets, die nun auf diese Blockchain kommen. Was hältst du davon? Handelst du die? Und ich sage, nee, Leute, ich mache Krypto und wenn jetzt echte, alte Werte auf die Blockchain kommen, ist das schön, weil sie 24 Stunden handelbar sind am Tag, was wirklich toll ist, was auch den DeFi-Sektor wieder stärken kann. Aber für mich als Kryptomensch ist das so, ja, nur weil das Alte jetzt auf diesen neuen Layer kommt, weiß ich nicht, ob das für mich so spannend ist, aber es ist natürlich wieder ein Ansporn, um die Leute aus der alten Finanzwelt mit rüber auf diese neue Blockchain 24-7 handelbare Welt mitzubringen. Und deswegen ist Mika definitiv wichtig und, wie gesagt, Lichtenstein ein Vorreiter. Und wenn es dann in Richtung geht, du hast einen Token und der hat auf einmal ein Bittesitzrecht für ein ganz kleines Stückchen vom Haus und wenn es nur das Abflussrohr ist, dann ist das schon sehr interessant und spannend für diese neue Welt, für diese Zukunft, die auf uns zukommt. Ja, und ich versuche das immer mal gar nicht zu trennen. Ich komme da tendenziell ja aus der alten Welt, das sage ich ganz offen, aber da finde ich auch eine Transformation statt und die ist leider nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Aber wenn man sich zum Beispiel mal anguckt, du hast das ja mit 24 Stunden handelbar, ich versuche das immer mal meinen Studenten klar zu machen, wenn ihr im Online-System bei Trade Republic sagt, ich kaufe mir jetzt diese und diese Aktie, was da eigentlich im Hintergrund passiert, nämlich, das muss ich mir vorstellen, dass ein Börsenhandelsplatz wie Frankfurt es Börsenhandelszeiten gibt, die ungefähr so lange sind wie meine Sparkassenfiliale um die Ecke und dann am Wochenende nicht und danach, was weiß ich, 18 Uhr, sowas nicht. Und also das ist völlig grotesk. Und wenn man sich überlegt, dass der Kauf einer Aktie im System halt per se zwei Tage dauert, weil das halt über diese ganzen Clearing-Systeme und dann an der Stelle, wenn es ein physisches Settlement ist, dann auch noch über die Banken, über das Bankensystem mit ihren, ey, das 19. Jahrhundert hat angeschlaupt, die wollen ihre Überweisung wieder haben, läuft und das Ganze muss dann über EZB Konten und das dauert dann zwei Tage, wenn jetzt nicht zufällig noch ein Wochenendtag oder sowas dazwischen war. Das ist halt völlig bizarr und für mich wird es an der Stelle spannend, wenn man sagt, naja, das wird in Deutschland jetzt gerade endgültig geschaffen, dass man auch wirklich echte Aktien, der DLT basiert ausbringen kann, das ist der Zukunftsfinanzierungsgesetz, wo jetzt anscheinend das jetzt in erster Linie, in erster Linie, in erster Lesung durch den Bundestag ist, da wird es dann diese Blockchain-Aktie dann geben, da kann man dann hoffentlich auch die anderen Vorteile der DLT-Technologie damit auch ein bisschen verbinden, ja, also mit Abstimmung und Teilhabe und diesen ganzen Geschichten, aber wenn man das Ganze jetzt auf eine echte DLT-Infrastruktur draufsetzt und das mit richtiger Regulierung macht, dann spart man sich diesen ganzen Schwanz mit den ganzen, also nicht Market Maker wirst du es wahrscheinlich trotzdem brauchen, aber mit Broker hier und dieses dreistufige Matching, Settlement und Clearing, das kannst du aus einer Hand machen, das ist jetzt dieser DLT-Pilot, der draußen ist und dann im nächsten Schritt noch die Zahlungsseite und dann sind wir wieder im genuinen DLT-Bereich, da steht dann im DLT-Piloten drin, naja, das könnte man dann ja auch automatisieren, zum Beispiel durch einen digitalen Euro und dann steht irgendwo ganz hinten drin, ganz hinten so irgendwie so Absatz 8 Satz 3, wo keine Sau hinguckt normalerweise in so einem Artikel, steht dann drin, naja, solange es keinen entsprechenden digitalen Euro gibt, kann man das ja auch mit E-Geld-Token nach der Mika machen. So, und dann haben wir plötzlich die Verschränkung, dann ist es plötzlich möglich, dass man eine Kapitalmarkt-Infrastruktur auf einem DLT-System abbildet und automatisiert dann auch die Zahlung so abwickelt und dann ist nichts mehr mit zwei Tagen und oh, wir haben jetzt aber Börse schon zu und da ist ein Sonntag dazwischen, sondern dann läuft es halt, dann läuft es halt instantaneously. Und wenn das passiert und das in Kombination mit Mika, da läuft ja gerade ein großer Wettstreit der Börsenhandelsplätze. Und in Deutschland sind wir bei den Börsen halt einfach nicht gut, da sind wir scheiße. Also die Marktkapitalisierung der deutschen Wirtschaft ist lausig und schon immer gewesen und das wird sogar schlimmer gerade. Und wenn man das zum Beispiel hinbekommt, das auf die Beine zu stellen, das alles miteinander sinnvoll zu verbinden, dann hätte man so einen Wettbewerbsvorteil und der Erste, der das hinbekommt, ich meine, Frankfurt war in den 90ern mal sehr gut, als sie Xetra auf die Beine gestellt haben. Da gab es halt einen großen Vorteil. Wenn, sei es Stuttgart oder Frankfurt, das jetzt hinbekommt, das wäre für den Börsenplatz Deutschland hervorragend, dann haben wir Kapitalströme ins Land, das wäre für die deutsche Wirtschaft auch gut. Also ich komme halt tendenziell eher aus dieser alten Welt, wo man aber die neue Welt mitdenken muss. Ja, also das kann man an der Stelle, finde ich, nicht trennen. Naja, ich sagte du aus meiner persönlichen Sicht, aber vollkommen richtig. Also man kann mit der neuen Welt die alte Welt besser gestalten und das ist das Schöne, wie ich auch finde und du hast gesagt, man braucht eine vernünftige Regulierung und einen vernünftigen Layer und ich glaube, die vernünftigen Layer sind mittlerweile da. Jetzt liegt es nur noch an der Regulierung und an der Umsetzung, aber ich glaube halt, was man direkt im Hinterkopf hat, wenn du als Anwender auf einmal eine Aktie auf einer Blockchain kaufst, wo dann kein Zwischenhändler, kein Wochenende, kein Broker und so weiter dazwischen hängt. Erstmal, es wird auch Gebührenzieger, weil die Gebühren einfach viel wegfallen. Das muss man einfach wirklich sagen. Und, ne, denken wir auch dran, da kommt noch eine Steuer drauf, wenn du auf einmal weniger Gebühren hast, zahlst du auch weniger Steuer für den gesamten Antrag. Das sind alle Punkte, die man bedenken muss, aber es hängen halt auch Arbeitsplätze dran. Und ich glaube, das sind so Punkte, wo dann halt sich viele dann doch noch lieber das Thema nicht heute umsetzen, sondern lieber übermorgen, weil wir können dann noch unseren Arbeitsplatz sichern. Das ist so mein Gedanke, den ich habe. Ja, das ist dankdenkbar. Nur, man sagt ja immer, was sind denn die beiden, die beiden, oder was sind denn die Industrien, die ansonsten immer so besonders trigger-happy sind, wenn es um neue Technologien hier sicher geht. Und das sind halt einigerseits immer so Zahlungsdienste und Kapitalmärkte, naja, und die Pornoindustrie. Ja, und ihr wisst ja, wo Wirecard hin, das sagt man auch, das stimmt, weiß ich nicht. Aber es klingt jedenfalls mal nicht falsch. Und genau aus diesen Milieus kam ja dann auch letztlich Wirecard als Zahlungsdienstleister für irgendwelche, sagen wir mal nicht, jugendfreien Seiten und so weiter. Was man natürlich auch nicht unterschätzen darf, ist auch die Ausstrahlungswirkung auf andere Bereiche. Nehmen wir jetzt einfach mal diese Möglichkeit, die Web3 DLT bietet, also einfach der Instant Transactions. Naja gut, kann man sich mal überlegen. Jetzt wurde gerade letzte Woche gesagt, das SEPA-Zahlungssystem muss sowas jetzt auch mal vorsehen. Technisch ist das so, wie ich es verstehe. Technisch ist es gar nicht abbildbar. Das läuft also nur auf sozusagen Risiko der Banken, dass sie halt den Kunden das innerhalb von 10 Sekunden entsprechend gut schreiben müssen. Kann man sich mal überlegen, wäre das jetzt eigentlich auch so gekommen, wenn es diese ganzen Stablecoins und so weiter und so fort, wenn die jetzt nicht im Hintergrund rumgeschwirrt wären. Denn ich meine, das Zitat, das kennt ihr auch alle, das sends me up the wall, also da drehe ich immer durch, wenn ich das höre, wenn dann ein Politiker sagt, wieso, ich kann doch jetzt schon digital bezahlen. und das ist halt so eine Unkenntnis. Ich will jetzt kein Politiker-Bashing, es gibt genug, die das kapieren, aber leider gibt es immer noch genug, die das nicht kapieren. Es ist durchaus möglich, dass ohne diesen Druck, der aus diesen neuen Netzwerkinfrastrukturen rauskommt, ich sehe Blockchain halt als Infrastruktur, Netzwerkinfrastrukturen rauskommt, halt auch das Traditionelle besser werden muss. Man kann zum Beispiel sagen, auch wenn jetzt Börse, Frankfurt oder wer auch immer eben sich nicht hinreichend an diesen DRT-Strukturen beteiligt, müssen die wahrscheinlich trotzdem besser werden im klassischen Bereich, weil sie sonst halt ein Problem haben, einen Großteil ihrer Geschichte, also ihres Marktanteils zu verteidigen. Worüber wir übrigens noch überhaupt nicht gesprochen haben, also nicht an dieser Stelle, sondern viel zu wenig sprechen, ist Blockchain als Infrastruktur und wie weit das reguliert werden muss. Denn also in Deutschland ist alles reguliert, aber auch nicht ganz zu unrecht, dass der Strommarkt irgendwie reguliert werden muss oder das Wasser oder das Telefon oder sonst was. Das ist schon klar, weil wir darauf angewiesen sind. Und wenn wir alles mit mehr Blockchain wollen, dann muss das auch Körbe kommen. Darüber wird aber fast gar nicht geredet. Und das ist, finde ich, sehr, sehr frappierend. Das ist jetzt das nächste Ding, was wahrscheinlich auf juristischer Ebene kommen wird. Strommarkt hast du gerade angesprochen. Also ich denke da sofort an die dezentralen Quartiere und so muss es auch sein, wenn wir jetzt die ganzen Atomkraftwerke abschalten, dann müssen wir halt alternative Systeme finden, nämlich dezentrale Energieträger, Energieerzeuger. Und wenn ich zum Beispiel einen Überschuss produziere und muss das einspeisen, kann da aber keinen direkten Kontakt zum Beispiel zu meinem Nachbarn herstellen, wo ja auch ein Riesenmarkt da wäre, wenn ich, ich sage es immer wieder, die Einspeisung, irgendwie 8 Cent, 9 Cent, was man bekommt und 35 Cent kaufe ich ein die Kilowattstunde. Wie wunderbar wäre es doch, wenn ich jetzt hier 2 Cent der E.ON abdrücke, so wie hier Deutsche Bahn. Ich bin in Regensburg, hier fährt die ganze Zeit die Achilles, hier fährt der Alex, hier fährt DB Schenker, hier fahren alle rum und nutzen diese Infrastruktur. Warum könnten wir das nicht so machen? E.ON oder Wattenfall oder RWE, ihr gebt für 2 Cent die Infrastruktur her pro Kilowattstunde und dann zahlen wir 15 Cent. Also wir verkaufen, speisen ein zu unseren Nachbarn für 15 Cent und der freut sich auch, weil der für 15 Cent oder für, wir teilen es uns auch, 15 Cent plus 1 Cent du, 1 Cent dich für die Infrastruktur und dann sind wir bei einem wunderbaren Ausgleich, was dann auch beflügen könnte, dass genau diese Microsmart Grids und da sind wir dann genau bei der Infrastruktur, dass sowas ermöglicht wird. Ganz genau und gleichzeitig muss der Staat natürlich dafür sorgen und da bin ich ein bisschen old school, der Staat muss natürlich dafür sorgen, dass es am Ende funktioniert. Also man kann nicht sagen, nicht sagen, dass es, also man sollte nicht sagen, wie schön wäre das, am Ende des Tages muss der Stromhaut aus der Steckdose irgendwie rauskommen und auch verlässlich. Aber es ist natürlich genau derselbe Gedanke, Dezentralisierung der Finanzen, Dezentralisierung des Stromnetzes, das sind alles, sagen wir mal, verschiedene Seiten desselben Denkmodell ist dahinter, ganz klar. Du hast eine Industrie angesprochen, man traut sich fast gar nicht darüber zu sprechen, aber es ist bei mir so, dass ich mit vielen Darstellerinnen Kontakt habe, aus Cam-Model-Sicht, die hier auf, was weiß ich, wie die ganzen Plattformen heißen, X-Cam-Model sind. Der Kontakt ist ganz lustig entstanden, weil eben eine Dame auf einmal anfing zu posten mit Hashtag Bitcoin, schickt mir doch Spenden in Bitcoin. Und daraufhin ist mir das immer wieder bei Twitter aufgetauscht und ich denke, hä? Und dann habe ich sie angeschrieben, läuft das denn? Also kriegst du da Spenden drauf? Würde mich mal interessieren. Und dann sagte sie, ja, ich sage ganz ehrlich, es gibt Plattformen, die zwacken und das ist vielleicht eine Zahl, die ist nicht jedem bewusst, aber es ist eine Dame, die macht ihren Job, wie auch immer und wird dafür von den Männern bezahlt und die haben dann irgendwelche Forderungen und die erfüllt die dann im Video. Und diese Plattform, über die die das macht, die zwackt dann einfach zwischen 50, das ist die beste Plattform, die 50% des Geldes abzwackt und die schlechteste Plattform mit 70%, die das Geld einfach abzwackt. Das heißt, du machst da deine Arbeit und kriegst so 30% des Geldes, was da eigentlich gerade gezahlt wird. Und da habe ich immer gesagt, letztendlich, sie kann doch eigentlich, egal wer, wie, wo, kann doch einen Zoom-Call aufmachen, postet den Link irgendwo, jeder kommt da rein und wenn dann eine Bitcoin-Zahlung oder eine andere, Bitcoin ist vielleicht zu langsam, weil dann dauert es ein bisschen länger, bis das erfüllt wird, aber wenn dann eine Zahlung kommt über der Blockchain und ich sieht hier, oh, 10 Euro eingegangen, gut, dann lege ich mal los. Was war der Wunsch? Alles klar. Letztendlich hat sie dann 100% des Geldes. Gut, sie müsste vielleicht ein Zoom-Premium-Abo abschließen, damit der Score ein bisschen länger dauert als so 30 Minuten, aber unterm Strich, eigentlich eine Industrie, die viel mehr verdienen kann. Klar, Steuern ist noch ein anderes Thema, was da angegeben werden muss, aber da habe ich damals schon gesagt, warum zwackt ihr die Plattform so viel ab, wenn es doch heutzutage so viele Möglichkeiten gibt und das sehe ich immer mehr. Dann sagte sie, ja guck mal, die hat damit angefangen, die macht das jetzt und hatte mir ein paar Links geschickt, da habe ich mir die Profile angeschaut, die haben überall eine Bitcoin- oder eine Firmenadresse mittlerweile drin und mir ein Twitter-Profil. Also, das ist Wahnsinn. Ja, was wir natürlich auch nicht unterschätzen dürfen, da kommen wir ein bisschen aus der Regulierung so ein bisschen raus, aber wir denken dieses ganze Thema natürlich immer sehr aus unserer westlich geprägten Sicht, dass wo halt, naja, wie zu wie vielen Banken kann ich denn gehen, das ist ja überhaupt kein, wie viel habe ich denn hier in Fußreichweite, theoretisch, oder wie viel habe ich denn, aber ganz viele Leute auf der Welt haben diesen Zugang von vornherein überhaupt nicht und deshalb bin ich die Debatte auch manchmal so sehr, sehr, naja, westlich-altmännerlich geprägt an der Stelle, was jetzt keine Anspielung auf das Service-Modell, das du gerade beschrieben hast, aber das geht natürlich so ein bisschen aus der Regulierung an der Stelle raus, aber klar, ich meine, theoretisch sollten diese Währungen und auch eben andere Infrastruktur sollten ermöglicher sein, ja, und, naja, wo es halt nicht so ermöglicht, dass es in den USA, das sehen wir halt gerade. Ich hätte eigentlich noch so viele Themen, das erste Mal wollte ich fragen, Stefan, wo treibst du dich denn rum? Du bist ein verheirateter Mann, X-Cam-Models, was auch immer. Twitter hat sich in X umbenannt, ich kann nichts daran sagen. Okay, okay, okay. Also nicht aus der Schmuddelecke wie WireGuard. Ich hätte, ich hätte so viele Themen noch, RWA, Stefan übrigens, illiquider Immobilienmarkt, wir haben da so viel, also, wir selber haben ja auch Immobilien gekauft, jetzt im kleinen, privaten Stil, aber jetzt stell dir das mal im großen, professionellen Bereich vor, wo die Infrastruktur so viel bieten könnte, also die Tokenisierung von Immobilien, nicht nur für die Transaktion, dass ich dann sage, ja, ich mache jetzt kein Asset-Deal, sondern ich mache einen Share-Deal und spare mir dann die Transaktions-, also die Grunderwerbssteuern beispielsweise. Also das sind so Themen, dann wollte ich wissen, CBDC, die bekennt sich Lagarde zu DLT oder wird das ganz anders laufen und dann einen Button geben, wo dann auf einmal, wenn du, also natürlich aus AML-Sicht ist das auch eine tolle Sache. Also A, man muss einen Markt anbieten, um mithalten zu können, sonst geht das alles auf einen Sekundärmarkt wie ein PayPal, ein G-Pay oder Apple und sonst was. Muss man natürlich auch mit der Zeit gehen und andererseits bedeutet das auch, wahrscheinlich, dass dem klassischen Banken auch ein großer Stück vom Kuchen da weggenommen wird, wenn diese Liquidität gar nicht mehr durch meine Geschäftsbank, sondern ich quasi direkt von der Zentralbank beziehe. Also da wären noch so viele Themen. Kurz, kurz, also das ist, ich glaube, das ist aber auch allen klar, dass es ohne die Banken an der Stelle nicht funktionieren wird. Also worauf dir jetzt dieser Entwurf pust, also dieser Entwurf zum digitalen Euro aus dem Juno, ist so eine Form von Dreiecksmodell, wo die Banken halt im Dreieck Zentralbankkunde als dritte Ecke quasi mit drin sind, weil die Europäische Zentralbank, die will ja kein Endkundengeschäft machen. Also das geht ja auch gar nicht. Das heißt, es muss halt irgendwie über die normalen Banken oder es wird wahrscheinlich über die normalen Banken laufen bis zu einem gewissen Punkt. Der Grund, vielleicht noch einen Schritt zurück zu gehen, warum ich doch mit vielen, vielen DLT-Geschichten so ein bisschen auf praktischer Ebene fremde ist, weil es mir manchmal einfach zu anstrengend ist. Was ich will, ich meine, ich habe auch, wie gesagt, zwei Kinder zu Hause und durchaus zeitlich fordernden Job. Ich habe für viele Sachen nicht die Zeit. Ich will, dass das so wie bei mir im Online-Banking funktioniert und dann ist es fertig. Und so wird es beim digitalen Euro halt auch weitestgehend laufen müssen. Da muss ich aber die sehr verhasste Frau Lagarde ein bisschen in Schutz nehmen und das führt so ein bisschen zu dem zurück, was ich vorher gesagt habe. Wenn es einen digitalen Euro gibt, dann muss das halt funktionieren. Wenn das nicht funktioniert, das wäre ein Desaster auf allen Ebenen. Also ein richtiges Desaster für die Wirtschaft, für die Politik, für die Bank, für alles. Und da kann ich es schon nachvollziehen, dass man erst einmal nicht auf eine Technologie oder eine Idee wie DLT Blockchain setzen will, weil man es ja bisher nicht auf die Beine gekriegt hat, eine ordentliche Infrastruktur zur Verfügung zu stellen. Ich kann es mir in drei kalten Wintern nicht vorstellen, dass eine Zentralbank und eine Zentralbank hat, deshalb ist sie auch immer so verhasst bei den DLT Leuten, hat den gesetzlichen Auftrag, konservativ zu sein und für Stabilität zu sorgen. Das ist ihr gesetzlicher Auftrag. Und es ist völlig inkompatibel mit dem gesetzlichen Auftrag auf eine Technologie zu setzen, die man noch nicht komplett durchdringend beherrscht oder sonst was. Und es wird nicht komplett dezentral laufen können. Das ist so. Vielleicht in 20 Jahren mal oder sowas. Wer weiß, wenn das alles jetzt allerdings so nicht. Also an der Stelle bei aller Kritik an der Zentralbank, da muss ich die ein bisschen in Schutz nehmen. Also ich kann es rational nachvollziehen, dass die CDBC-Diskussion derzeit die Blockchain erstmal so ein bisschen ausklammert. Das ist meiner Meinung auch viel wichtiger, dass es halt programmierbar im Sinne von Interoperator Interoperabil mit Smart Contracts und so ist. Das ist meiner Sicht viel wichtiger als die Blockchain-Frage. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Es wird vielleicht ein DLT werden, aber niemals ein öffentlicher. Niemals sowas wie Ripple, Stellar, alle die sagen, wir machen den CDBC-Coin auf unserer Blockchain beziehungsweise auf unserem DLT. Nein, es wird keine öffentliche Blockchain. Zumindest nicht in Europa. Was andere kleine Länder, vielleicht Afrika oder so machen, ist wieder was anderes. Aber niemals in Europa. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht, weil dann bleibt halt einfach diese Nische, ich meine, die Nische kann ja auch sehr, sehr groß werden, einfach übrig und wird dann nicht von den Zentralbanken quasi aufgesogen. Ich meine, da kann man es auch positiv sehen. Vielleicht ist das dann das Revival von IBM Hyperledger Fabric. Dann kommen die wieder. Aber das ist dann wieder der Amerikaner. Über eine Amerikaner haben wir jetzt nicht gesprochen, aber ich glaube, jetzt sind wir auch ein bisschen über der Zeit. Also ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht im nächsten Jahr nochmal drüber unterhalten können und zwar BlackRock. Über BlackRock haben wir jetzt überhaupt nicht gesprochen, aber eigentlich wäre ich jetzt schon bei der Schlussfrage. Deswegen vielleicht BlackRock Spot ETF. Schauen wir uns mal an, was passiert, wie das passiert. Schauen wir uns an, was im nächsten Jahr dann auch wirklich vielleicht eine Schwemme über iShares dann in den Kryptomarkt dann schwimmt. Wer weiß es. Vielleicht auch mit Paypal dann noch intensiver. Ah, der Stefan, der will was erzählen. Sie planen den Start im Januar. Vielleicht wäre das ganz schön, wenn das wirklich kommt, dass wir uns dann darüber unterhalten. Ja, aus meiner Sicht gerne. Ja, sehr gerne. Aber ich wollte jetzt zur Abschlussfrage kommen und zwar wollte ich dich, lieber Philipp, fragen. Wir hatten letztes Jahr, äh, letztes Jahr, wir hatten letztes Mal den Micky bei uns, der seit, ich glaube, elf Jahren, fast schon zwölf Jahren im Space ist und auch gesagt hat, er wüsste es oder zumindest gab es Indizien, wer Satoshi Nakamoto sein könnte, hat aber dann nichts weiter gesagt, lag bei ihm auf der Couch, hat er dann erzählt, aber er wollte sich nicht zeigen. Aber vielleicht weißt du es ja, weil du in der Szene natürlich auch überall unterwegs bist. Deine Meinung dazu, was denkst du, wer ist Satoshi Nakamoto? Ich sage es mal so, es ist nicht der erste Podcast, in dem ich bin, der diese Schlussfrage hatte. Da ich lange Zeit in Australien war, fand ich die Theorie, dass es diese Australier ist, irgendwie war ganz schön, aber es hat sich herausgestellt, dass der ja einfach nur ein bisschen irre ist. Was ich, ich bin kein Freund von Verschwörungstheorien, aber die wunderschönste, es ist auch nicht mal eine Verschwörungstheorie, nennen wir sie einfach mal Theorie, diese, diese Symmetrie, könnte man sagen, der Theorie, dass dahinter Steve Jobs steckt, die finde ich einfach wunderbar, die finde ich wunderbar, weil wenn jemand, und ich bin kein großer Steve Jobs, das wäre überhaupt nicht, generell habe ich immer ein bisschen Problem, wenn Leute zu sehr gehypt werden, aber diese Symmetrie, dass jemand quasi unter Klarnamen die gesamte Smartphone oder die Art und Weise revolutioniert, wie wir mit mobilen Geräten umgehen und dann nebenher quasi noch die Art und Weise unter Pseudonym oder anonym quasi schreibt, wie die Finanzmärkte funktionieren, das wäre eine Symmetrie, die fantastisch wäre. Aber genaue Hinweise habe ich nicht, leider. Fragen können wir nicht mehr. Ne, das nicht, aber das würde darauf hinweisen, dass wir es nie wieder herausfinden, weil er leider nicht mehr da ist. In der Tat. Die wildesten Theorien, das muss man wirklich sagen und ja, mal wieder eine interessante, wir hatten ja in einer der letzteren Folgen mal darüber gesprochen, warum dieses Bitcoin White Paper überhaupt bei Apple war, gerne da nochmal reinhören, war auch bei einer Abschlussfrage, das war ja auch verrückt, als das aufkam, aber ja, es ist ja auch wieder raus, weil man sich da nicht so weit aus dem Fenster lehnen wollte oder vielleicht doch die versteckte Botschaft von Steve Jobs, wir werden es hier erfahren. Wir wissen es nicht, wir wissen es nicht. Aber sehr spannend an dieser Stelle. Wir hatten ein super tolles Gespräch und wir halten fest, im Januar, ich würde vorschlagen, wir treffen uns relativ früh im nächsten Jahr, weil es glaube ich relativ schnell gehen kann auch nächstes Jahr, weil die SEC steht unter Druck, BlackRock macht Druck, BlackRock will ran, Grayscale will auch ihre Umwandlung vom Trust in ETF, also ich glaube, das ist nächstes Jahr ein Riesenthema zusammen mit dem Bitcoin Halving und US-Wahlen, also das wird ein richtig krasses Jahr 2024 für Krypto, für den Finanzmarkt, also da kommen so viele interessante Dinge auf uns zu, da können wir uns gerne nächstes Jahr mal unterhalten und sonst hatten wir ein super spannendes Gespräch über die Regulierung, wie kam es dazu, was ist da passiert, also ich fand das super aufschlussreich und auch nochmal neue Erkenntnisse aus einem ganz anderen Blickwinkel und das hat mir sehr gut gefallen, deswegen kann ich an meiner Stelle nur sagen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch, vielen Dank für deine Zeit und alles Gute und bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Dankeschön, Philipp. Also eine schöne Zeit zusammen. Macht es gut. Bis dann. Tschüss.